hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei avatar frontiers auf pandora heute geht's weiter wir haben gestern ja gut die zweite teil der map erweitert müssen wir erst mal das spiel starten so dann dann starten wir mal das schöne stück das ist mir zu so dann also ich weiß noch nicht ob ich den pass mir kaufen soll oder noch nicht ich warte mal ab bis ich das gesamte spiel mal fertig habe und dann gucken wir mal weiter so da waren wir und da fangen wir direkt an diesen teil hier zu klären fliege dann hier vorbei und mache dann den großen teil hier komischer vogel ja und wenn wir die map aufgedeckt haben oh da ist eine station die nehmen wir uns aber zuerst ja also wenn wir jetzt mal die map fertig haben und alle diese schlimmen blauen punkte bearbeitet habe dann denke ich werden wir mit den quest weiterführen ich weiß die letzte tage waren sehr langweilig wir haben nur diese punkte abgearbeitet die verschiedenen bases gemacht und 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 nicht viel storytelling hier aber leider gottes müssen wir das alles auch machen so easy hack höpple falsch gelaufen so 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 und fertig und kaputt und kaputt ich hatte ja gestern sehr gerne die map fertig von den wolken befreit aber es war schon fast zwei uhr glaube ich wenn ich mich nicht wir machen jetzt nicht den punkt wir fliegen jetzt hier durch beseitigen zuerst alle wolken das sieht sehr gut aus noch hier ein teil so wolken sind weg dann noch hier ist eine kleine wolken hier ist wo hier 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 wo hier hier wo hier 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 Jetzt füllen wir uns wieder. Bitteschön, Storn. Hoppla. So, Folgen sind beseitigt. Dann gehen wir hier rein. Nein, das sind schon die nächsten Helis. Dann gehen wir hier rein. Da sieht man gut aus. Dann gehen wir hier rein. 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 Dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein. Dann gehen wir rein Bewegen. Hier gibt es ne Bohrstation. Das ist mehr als für eine Börsstation. Sehr schön. Das ist mehr als für eine Börsstation. 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 Damit hätten wir die Still und Leise angenommen. Ohne Alarm auszulösen. Hi Anna, wie geht's? Das freut mich. Danke vielmals. Das ist mehr als für eine Börsstation. Gut, wie komm ich denn jetzt wieder hier rein? So, das war's. Ich wünsche ich dir noch viel Spaß bei der Arbeit. Es hat Vorteile, leise zu sein. Neue Schuhe, nochmal Schuhe, okay. Okay. Die Dienstpläne und natürlich die Dings. Ein kleines Pad. Navis-Clans stoßen zu Widerstand. Sie haben uns mit einem Luftangriff getroffen. Wir haben keinen klaren geführten Angriff. Ihr Wissen über unsere Studieninfrastruktur. Ihr Vorbereitungsseelen auf unsere Verstärkung. Das war der Widerstand. Voll komisch geschrieben. Was bedeutet, dass sie den Arani-Clan irgendwie dazu gebracht hat, sich ihnen zuzuschließen und ihnen Ikran Unterstützung zu geben. Wie zur Hölle ist das passiert? Es ist eine Sache, einen Haufen baumknuddelnder Verräter zurückzuhalten. Aber jetzt haben wir es auch noch mit Widerstandsblaue zu tun. Wir brauchen mehr Verstärkung von Brigge... 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 Wer ist Briggege... Brigge... Gute Frage. Nächste Frage. Fliegen wir jetzt da hin? Fliegen wir jetzt da hin? Oh, das sieht man nach einem Dörfer. Dörfer ist hier vorne. Niemand erkennt so gut wie Messim, was uns bedroht. Überhaupt sind die Schuhe was. Ja. Ja. Ist ja schön. So. Fliegen wir! Ist das wieder hier im Stein? Scheint fast so. Das sieht mir irgendwo nach einer Höhle aus. Ja. Ich muss hier nur den Höhlenangang finden. Das ist mir nichts hier. Auch so ein hässlicher Schmuck für mein Ikran. Ja. 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 Oops. 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 Stimmt. Wie ist der Sound? Der ist gut. Machen wir den nächsten Sound. Bis zum nächsten Mal. Tschu! Okay. Hmm, okay. Wie Inventar wieder voll. 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 Ah, he hits the iron gun. Okay. Was ist das? Aber wie Inventar ist voll? Ich hatte gestern doch mein Inventar geleert. Was ist denn voll? Oh, das sind diese Medizinkerne. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Ja Ich muss noch ein bisschen weiter fliegen Ist das nicht so ein Trotter Nein Wir fliegen Wir Wir fliegen Wir fliegen Wir fliegen Wir fliegen Ja! So, dann haben wir jetzt die Map gecreate. Das sieht gut aus. Was sehe ich da? Nee, 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 nee. Das kann nicht sooo nicht sein was so. Dann habe ich die ganze Map gecreate, dann sehe ich da eine scheiß Wolke noch irgendwo stehen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Aber mich persönlich stört das denn. Die Wolke da stört mich. Oh, da haben wir noch mehr Luftbasis. Ähm, jetzt wäre es irgendwie die Wolke weg. Okay. 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 Die haben ein richtiges Damage gemacht. 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 Ich glaube, das ist noch eine Basis. Die haben ein richtiges Damage gemacht. 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 Und tschüss. Keine Ahnung von wo der kam. Die haben ein richtiges Damage gemacht. 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 oder kann ich mal die question ich habe heute leider e-zigart Na ja, nicht so, was ich kaufe. So Fuse Go hier, ich muss ja. Sind sie etwas? No, schon hier von Paschenfulte, das ist gut. Was ist denn mit meinem Mann abgegeben? Was da, so schon mal einfach von Altsucht eben abgeholen hast. Ich hab's gesagt, jetzt hast du schon eure Mälihundnisch aber im Deck. Die Wälder ist ausgestattet, Alter, mit dem scheiß Mutten da. Höhöh so wie viel tausend kosten schon erinnerungsmalereien joshy sind wohl die das können die aber nicht nehmen die punkte sie weil ich schon die punkte praktisch alle gut schon abgedeckt aber nicht gemacht die move punkte meinst du ja weil die mussten auch kriegen sind so wie ob man es auch nervös die map so komplett aufzudackeln das waren die da bist von 3d ich hab ich mein heu fehlt mir noch ein mega deal ich meine ich gehe mal da hin und es ist nicht schlimm heißt du hast einen kleinen wohlhecker topf und sie gerade triff auf fließt kommen einfach mal drei punkte bei sie tauchen oft nehmen ob von der volk komplett fast gollos richtig doch jetzt muss ich aufgehen salbei pilz Rebenpilz, effektisch da. Pilz mit Pilz. Okay, da fliegen wir Hei, ne? Oh? Wohohoho! Wohohoho! Ich bei dir ist kein Himmel, wenn du rupguckst, sondern Himmel, geil? Ja. Ist auch noch kein Volk mehr du bei dir? Oder sind die trotzdem noch dumm? Die sind noch dumm. Ah, die sind noch dumm, okay. Die sind noch dumm, weil ne äh, du bist wie avopierte Verhältnisse. Mega. Das ist doch wirklich. Ich kann nämlich nicht allwollig. Mad, ne, Fuch, du musst hier wirklich permanent zurückflachen. Ja. Warte, kannst du empfangen, oder, Mann? Na, Mann, guck da du mal an, kann nicht rupg. Beißer. 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 Ich mag grad zahlkalt, jetzt halbisch bist du. Mhm. Sieh nicht so verwirrt, weil es steht viel so mit deinem aus oder mein. Feier Helikopter bei enger Dingern. Hatte ich auch schon. Ist so dumm, fährt kindisch und elektrische Strom. Feier Steck, komplett überdrieben. Du scho und zwar Terje, nicht stark. Joa, wenn ich so einfach feier steck, das kommt ja lieber drüber. Boah, das hat von mir geknappisch. So, der nächste Punkt, den ich mal... Ich rufe mich voll auf, mein Gott. Die scheiß Gehackst, Blödsinn, du. Jetzt sag ich nicht mal mehr schwer. Durch mich ganz zusammen sind ich bei 163 Ersatzteile. Hm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Gott, das war knapp. Was war knapp. Wie ist es, ich bin in die sitter davon. Ich freue mich. Ich meine, du hast noch so ein Luftbasis. Ich meine, du hast noch so ein Luftbasis. Oh, ich bin so scheiß warm, muss ich schon mal in die Höhle fahren. Oh, ich bin so scheiß warm, ich bin so scheiß warm, ich bin so scheiß warm. Oh, du hast noch ein. Oh, ich bin so scheiß warm. 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 Ich gucke nur alle drei Sekunden, ob ich das verpassen soll. Oh, ich bin so scheiß warm, ich bin so scheiß warm. Oh, ich bin so scheiß warm. Oh mein Gott, wir können hier überall hier fliegen. Ja. Das ist hier ein riesen Deal, den ich gerade hier entdecke, weil ich gut nicht will machen. Ich danke dir, dass ich mich brauche. Genau. Und weiße was du noch zu denen wirst. Ich danke dir, dass ich mich brauche. Ich bin gerade um den Buch von einem App, weil da schlägt man alles. Genau, der ist schön durchsucht gemacht. Ich habe den Bauch gemacht, wenn sie wissen, wie groß das ist, und dann habe ich da noch ein anderes gemacht. Da ist schon da noch alles dran, da ist wirklich... und rum. Da steht auch noch alles abgenommen, ja. Und da geht es nicht hin, da ist alles präriert. Und da ist eine Station. Und ich stich so voll ab, das ist andersrum. Was hat der Pack hier in ihren Biefeln? Ja, da sind sie. Möchtest du meinen Fong ab, das von der EU greifen, oder? Nö, okay. Okay. Heid gedele du, man. Muss ich wirklich ihn aufknallen, okay? Ich hoffe, es gefällt dir, Storm. Jetzt habe ich einfach von der Seite gegrafen. Marin! Ich meinte wirklich ungern. Ja. 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 oh man, die da nicht verfolgt Oh mein Gott, warst du dumm! Na wie, du heim, bin ich überall. Du riefst lange, schnell schmerzen, dein Matthias. Oh mein Gott, das ist noch ein Ding, ne? Oh shit. Das ist noch kein Pfeiler. Und jetzt, wo ich mir kurz was schmerzen? Was ist aber so, was ich mir verweb attached? Was ich mir über ihr euch? Ich selber gewaschme Musik ein bisschen, Schmerzen du mir kilometres, ich hab morgen Angst, ich schmerzt das eine Pfeiler und hab nochmal zu dir. Ich habe dort schon mal ein paar Pfeiler die Zeit gewartet, ich hab einen Pfeiler noch meertet, ich habe einen Pfeiler noch mehr, dass ich, ich habe die Pfeiler noch, ich habe es noch zu über weil ich es noch nicht fertig und um, Du hast du schon so einfach, ich habe eine Pfeiler noch, Du hast du alles aufgezogen? Die Himmelsmenschen werden doch im Himmel bleiben. Die Himmel, die Himmel sind für die Himmel. Ich hab jetzt doch schon mehr wie 80 von den Beam gesammelt. Ich bin ja Timo so hart von dem Spiel dort, dass ich all-insel-worteheere. Spätrum sei Fortnite-Fastival. Der Kabel. Achso, Timo soll auch als er kaufen. Er muss Fortnite-Skins kaufen. Oh, hier ist noch ein Dürfisch nicht vorher. Oh, hier ist noch ein Dürfisch. Oh, hier ist noch ein Dürfisch. So, nächster Punkt ist... Du. Oh, hier ist noch ein Dürfisch. 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 Ich muss es dir heute ganz verleckt, nach was schon. Hallo Marcel, Hallo, ich habe jetzt mal was gemacht, ich starte mal ganz kurz mein Stream, ich sag dir bestreilt, schreib mir so ein. Test. Ist auch eine Test-Kategorie. Test. Oh ja. Tatsache Test-Tests gibt es. Fertig. Ich starte jetzt mal ein Stream, muss bitte, denn worüber auch immer du den Ton dann hörst, musst du ein bisschen nicht allzu laut machen, aber so, dass du den Ton halt hörst, dann schreibst du mal in den Chat. Ich? Ja, ich starte. Okay, ich habe Angst. Tepo hast du Angst? Ja. Wissen, ob das funktioniert. Was soll ich jetzt machen? Reinschreiben? Einfach reinschreiben. Irgendwas. Es hat funktioniert. Ohlala. Mit der Musik auch noch. Ja. Das will ich nochmal machen. Kommt das jetzt jedes Mal? Ne, da musst du zwölf Stunden warten. Ach, scheiße. Das ist dieses First Word. Ach du meine, bitte. Das habe ich auch erstmal nur bei dir eingestellt. Ich weiß nicht, ob ich das noch bei ein paar anderen mache. Erstmal so Test-Wörter. Weil ich gucke. Okay. Muss auf jeden Fall. Eventuell füge ich da noch einen Clip hinzu. Oder. Hast du dich amüsiert? Ne, ich probiere gerade mein Streamer-Bot ein bisschen aus. Das ist so ein neues Ding, das ich gefunden habe. Was ist das denn für ein Streamer-Bot? Mein Bot halt. Mit dem ich alles mache. Die Stream-Elements sind nur ein bisschen kompliziert. Ach so, ich mache alles über Stream-Elements. Seit Anfang an schon alles mit Streamer-Bot. Da meine Actions kommen. Ich glaube, ich habe auch mal am Anfang mit Streamer-Bot, aber das war mir dann zu doof. Ja, das habe ich versucht zu erklären und da hast du gesagt, du gehst zu Stream-Elements. Aber das freut mich auf jeden Fall, dass das funktioniert hat. Ähm. Warte mal, ich kann das glaube ich auch. Auto-Reset. Ah, warte mal, ich habe jetzt mal resettet. Du kannst jetzt ruhig. Träumen. Ja. Ja. Da hat immer schönes 80er-Lieder bei mir geklappt. Ich habe mir einfach Kim Wade rausge... Ich wusste nicht, was sonst zu dir passt. Ich mag das Lied. Ich wollte erst irgendein Meme von mir nehmen, was ich auf dem PC habe, aber ich dachte... Äh. Hm. Ja. Gut. Ich will das auch bei dir haben. Oh. Ben. Ich finde das toll. Danke. Uh. Ich will bloß noch einen Clip oder so raus suchen von dir und dann... Oh Gott, schrecklich. Ja, ja. Aber... zur Zeit macht bei mir YouTube Probleme, ne? Viele. Weil... jedes Mal, wenn ich auf YouTube gehe oder so, die Seite lebt ganz normal, ne? Mhm. Ganz normal, schnell und alles. Wenn ich auf ein Video raufgehe, das braucht so dermaßen lange, bis das fertig geladen ist und alles. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, Monte meinte auch, dass sein YouTube mir ja krass leckt. Ja, das ist... Ja gut, dann bin ich allerdings nicht der Einzige. Ich glaube uns aber... Kevin? Leckt dein YouTube in letzter Zeit? Was? Leckt YouTube bei dir? Hm, mein Kevin nicht, bei mir auch nicht, weil ich häng ja den ganzen Tag auf YouTube. Ja, aber wenn ich jetzt das Video von Monte jetzt öffne, ne? Ja. Der Ton kommt ganz normal, aber der... Das Video, das hängt total, das leckt übel. Jetzt ist der Ton weg. Ich seh meinen Mausseiger nicht. Ja. Ich weiß nicht, was der Typ da... Was ist denn, damit du YouTube Premium kaufst? Ich hab YouTube Premium schon seit Monaten. Hä? Dann versteh ich es nicht. Hast du die Werbung bei YouTube? Boah, ich bin so viel auf YouTube. Die Werbung, äh, werde mich... killen. Ja, dafür habe ich auch YouTube Premium. Schau, Mann, das. Ich häng den ganzen, ganzen Tag in YouTube. Mhm. Ich weiß auch nicht, was... Was hier zu sehr los ist, Alter. Schon geguckt, hier eingeschränkter Modus ist deaktiviert. Darstellung ist, äh, dunkel. Äh, du kannst auch bei den Einstellungen bei den Videos bei YouTube auf, äh... kleinere Latenz setzen. Normalerweise. Ja, aber warum blockiert das jetzt plötzlich so, weißt du? Weiß ich nicht. Also, bei mir, äh, hab ich nicht das Problem mit YouTube. Also, die laufen. Mir auch nicht. Wie gesagt, ich guck ja den ganzen Tag. Ich mach jetzt mal die Infokarten aus, Untertitel aus. Ah, das dürfte aber nicht sein, dass das blockiert oder leckt oder was auch immer. No. Sowieso, wenn's beim Mund leckt, dann kann's ja auch nicht was mit Grafikkarten oder so ein Geschmutz sein. Nee, das... Die YouTube braucht keine Grafikkarten. Das muss unten irgendwas... Nee, dass es am PC liegt oder so. Ach, die ganze Schmutz hier aufzudecken, Mann. Das ist jetzt alles ausgestellt. Ich hab erst gedacht, das liegt irgendwie am PC oder so. Im Internet, aber... Ich hab schon Chrome neu installiert. Hm. Ist aber komisch. So, die mach ich nochmal. Ich hab auch schon die, die Cache von meinem PC gelöscht. Oh mein Gott, das hör ich jeden Tag auf der Arbeit. Mhm. Wenn etwas nicht funktioniert. Mach das! Nee, mach ich nicht. Programm ist scheiße. Kommst du in Discord rein? Ja, Kevin. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Soll halt auch ganz gut sein. Oder... Ja. Warte mal, ich... Ich probier das mal mit dem Edge-Poser, ob der... Was ist denn da? Später festlegen. Oh Gott, was hab ich denn hier noch für... für... Lesezeichen gefeiert, Alter. Porn-Up. Unter anderem. Nein. Oh, YouTube und Handy sein. Oh Gott. Aua, aua. Ich weiß, ich hab mich hier in ne enge Lage gebracht mit meinem Mikran. Kommst du gegen Helis? Nein, ich will die Map erkunden, aber ich bin irgendwie in Bäume reingeflogen. Ich bin jetzt irgendwie auf dem Berg. Ich weiß gar nicht, ob man so weit fliegen kann. Habe ich... Nein, ich will zurückgeschickt. Eh, ne, das liegt an YouTube. Das liegt nicht am PC. Ich bin ja ziemlich mit einem Edge-Browser drin. Ey, das liegt an den YouTube. Fliegen wir! Denk ich auch mal. Oder YouTube hat... YouTube hat irgendwas rum gebastelt, wo ein Praktikant dran war oder sowas. Ja. Meine Videos, die werden auch in 360p gestartet. Ja. Oder es hat... 144p. Oh, wow. Ja. Oder es hat was? Äh, mit dem Provider zu tun bei dir. Nee. Denn er ist bei Monter ja nicht, weil er ist nicht bei Vodafone, er ist bei Telekom. Nein, der hat sich noch vorhin aufgeregt, da an dem Video. Oh. Nee, das muss an YouTube liegen. Alter, warum muss der Ekran denn immer komplett umdrehen? Ich hab auch schon überlegt, äh, Proben, ähm, Lösleistung zu geben, aber, äh, nicht. Ich kenne nur OBS, also Apps, nicht. Kein Browser. Dich nicht. Kein Browser. Oder es kann natürlich auch nur sein, dass es mit, ähm, Domäne an sich zu tun hat. Weil, dass es bei uns geht, weil wir, äh, Luxemburg läuft über die Domäne.com. Mhm. Und, äh, Deutschland halt über die Domäne.de. Okay. Bin auch bei YouTube.com drin. Ja, oder? Ich guck nochmal. YouTube.com, ja. Okay. Ja, ich denk mal, das liegt am, am Server hier in Deutschland. Kann ich mir ganz kurz vorstellen. Die Grünen haben gesagt, halber Strom nur noch für die Server. Scheiße. Weil, wenn ich YouTube auf dem Handy öffne, und das... Da. YouTube auf dem Handy funktioniert perfekt. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Aber komisch. Jetzt hat sie schon einen Haufen Geld dafür, weißt du. Und sowas. Das ist echt nicht wenig. Naja. Boah, ich erschrick mich immer so übelst, wenn dieser scheiß Ikraner gegen eine Wand fliegt und dann wieder so umdreht. Verstehen. Guck ich auch noch ein bisschen. Okay, guck ich auch noch ein bisschen. Was? Guck ich auch noch ein bisschen zock. Ich mach heute nicht lange, ich bin müde. Hätte wie der Psychologe vorhin, das ist immer so anstrengend, ganz unnötige Gelaber. Alle anderen Seiten funktionieren bei mir, Twitch funktionieren auch bei mir. Dann ist es vielleicht wirklich was an YouTube. Wo ist denn meine Ikran? Da ist sie ja. Meiner macht eine Welle hier. Gehen wir diese vier Spots holen. Heute will ich alle wieder Punkte von der Map haben. Ich möchte noch grüne Punkte. Im Kinglorwald oder überall? Und so die hohen Prärie. Kinglorwald bin ich fertig. Ich deck die Map jetzt mal auf. Das ist gar nicht so einfach so hier an, um, umher zu fliegen. Der Funkgerät schlägt irre Wellen. Wir können diese Frequenzen nicht hören, aber sie bestimmt. Wie eine Wundepfeife. Das muss dieser Heulton sein. Oh, ich hab einen großen Teil hier aufgedeckt. Ja, bei uns schnellt das wieder ein. Ja, bei uns auch. Heute Morgen geh ich so runter, alles zugeschneit und ich schnell. Gott sei Dank bin ich zu Hause. Nein, ich nicht. Ich stand bei meinem Auto. Ich bin ja richtig glücklich. Danach war vor der Tür Rutschparty. Ja, ich schläbe auf dem Land. Hier streuen die nicht mehr. Hier auch nicht. In unserer Straße wird nie gestreut. Oh, Mann. Die ganze Scheiße hier aufzudecken. Aber es sind jetzt sehr viele lila Pünktchen dazugekommen. Ich hab genug zu tun in meinem Urlaub. Mist, ich hab die Klippe verpasst und bin gestorben. Kommt vor. Hast du runtergefahren? Hm. Passiert. Ich dachte ich könnte weiter springen, aber das hat nicht so geklappt wie ich es wollte. Oh Marcel, ich hab neue Waves. Endlich. Man, 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 man. Kauft euch richtige Zigaretten. Nein. Bei meinem Psychologen gibt es einen Kiosk und da dachte ich mir so, geh mal da hin. Ja, und dann hatten die da halt Waves und hab ich die einfach mitgenommen. Also schon bezahlt aber. Ja, schon klar. Einfach mitgenommen. Sie hatten, glaub ich, keine Ahnung, neun Stück, verschiedene Geschmäcker und Kevin so, einmal von allem eins bitte. Ja. Ja. Jetzt hab ich wieder ein bisschen was. Ist aber gut, ich hatte schon lange keins mehr. Und ich hab noch ein Kuscheltier bekommen. Ein Vape-Kuscheltier? Nein. Ein Squishmallow. Kennt ihr das? Nee. Es sind so, ähm, halt dicke Teddies. Und da gibt's Squishmallows von Pokémon. Und ich hab schon Gengar. Und heute hab ich noch Tokipi bekommen. Ich gehe noch auf Pikachu. Ist das so, ist das so ein Stressball oder? Ein großer, großer Stressball, ja. Und ich gehe noch auf Pikachu und Gengar. Gengar hab ich noch nirgends gefunden. Die kriegt man auf der Tankstelle. Ja, Gengar hab ich echt noch nie gefunden. Relaxo hab ich noch, genau. Relaxo. Und, ähm, ich hab Johnny nämlich gefragt, ob er ihn vielleicht aus Amerika mitbringt, wenn er ihn findet. Ich weiß aber nicht, ob er einen findet. Ja. Ja, Johnny. Ich hab einfach noch ne Base gefunden, what the fuck. Ja. Da glaubt man, man hätte schon alles gesehen und dann ist es nicht so. Wo kommen die denn her? Ah, hier hatte ich fast gar nix aufgedeckt im Wasser. Was, Kevin? Ich bin am Plan ja auch für meinen Geburtstag, Beppo, hast du ja gesehen in der Gruppe. Jo. Denkst du, diese Vollpfosten würden mir antworten? Keiner. Ah. Also einer kommt nicht. Das ist der Freund von meiner besten Freundin. Der hat ein Basketball-Turnier. Die anderen beiden Dulis weiß ich nicht. Und ich muss dieses ganze Stück hier aufdecken, Mann. Ist da auch was? Oh mein Gott, da ist ja auch noch ne Base. Und da ist auch noch ne Base. Und da ist auch noch ne Base. Und da ist auch noch ne Base. Wow. Nicht schlimm. Machen wir. Wie dein Baum gefunden. Irgendwas für meine Lippen, Mann. Die tun so weh. Im Gesicht. Im Gesicht. Im Gesicht. Oh. Wie dein Baum kommt. Oh. 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 ich bin ein Baum festgepackt Dein Turn, es ist Assassin's Creed der Bock kommt gerne mal fest ich komm nicht mehr weg der Baum ist jetzt Teil von dir ich kann machen was ich weiß, Alter entweder bist du im Baum oder der Baum ist in dir ich bin der Baum er ist gut Alter, was hat jetzt hinter mir so geflattert? ich hab zwei Erinnerungsmalereien gefunden aber hier ist immer noch so viel bewölkt ich bin der Baum ich bin der Baum Geht's dir gut, Kevin? Geht's dir gut? Geht's dir gut? ich dachte du machst den Stuhl kaputt was macht der Kabel? was für ein Lied? was? was für ein Lied? bei ford 1 1 die müssen halt was machen sonst verlieren die leute die lust ja die muss in die geldmaschine weiter antreiben genau außer kevin der spielt das spiel immer nur alle anderen sind weitergezogen und kevin ist noch da ich muss wieder das team noch ich habe das eingestellt ich muss ein knöpfchen drücken war gar nicht dumm von monique mir das zu sagen ich gehe heute früher ins bett ich merke schon ich bin gebrochen noch vier tage aber das kollege schreibt mir heute so kannst du mir den plan mal schicken bist du wieder zurück bei mir sind alle so du hast nächste urlaub ja die ganze woche ja gehst du weg nein geht dich das was an wenn ich hier zu hause bin ich bin von meiner konsole ich hatte gesagt nee ich bin bei deiner müde aber komm gar nicht auf die idee mich zu fragen weißt ob ich bleibe oder so weil dann gehe ich mit absicht werde ich mich krank ich entdecke easy peasy die map aber ich pass sowas von gar nicht auf auf die helikopter nein die sehen mich doch nicht nein guck was ist denn hier was ist das hey das ist gar nicht angezeigt auf der map was ist das da gibt es aber nichts zu holen war ich hier schon mal alles leben in der höhen ist vom wind geformt so die schluss haben wir auch wissen hier ist noch ein doch schon ruhig muss ich den riesen beugen und nicht nur das eigentlich die gesamte selbst ihre leben ihre erinnerungen und geschichten das kann man echt nicht denken auf der map hast du dich schon entdeckt ist das eine haferkekse ich erweite die map aufdecken das mache ich nachher es sind plötzlich lila pünktchen dazugekommen da muss ich hier noch mal vorbeifliegen hier ist lila pünktchen ich muss hier hin und dann darüber ne ich hab die noch nicht ich bin durch zufall da jetzt rein geflogen ich bin so gebrochen warum ich meinte schon sofort zur psychologin so ja nächste woche komme ich aber nicht weil da habe ich urlaub sonst knicken dann hat es ihr gesagt das ist ja gut dann können sie sogar vier mal die verdient ja nix dran ne ich bezahle ja nicht dafür wie du bezahlst nichts dafür es ist ein psychologe vom arbeitsdoktor doch die kriegt schon der arbeitsgeber zahlt die reschen genau aber finde ich gut weil sie wollten mich halt scheißen durren damit ich da hingehe ja und jetzt bin ich da hingegangen und jetzt musste ich sechs mal dahin doof hättest du es nur sein lassen würde ich jetzt nicht so oft fehlen so ins eigene fleisch geschossen ich habe noch einen toten gefunden ja ne ne ich mache die toten nachher mädchen keine zeit es ist unglaublich wie viel von diesen bäumen es gibt die bäume die uns nix nix machen die uns nix helfen aber die bringen uns echt nix ne ich musste so lachen ich bin in so einer avatar gruppe ne wo ähm die leute sich halt auch gegenseitig helfen und da ist ein mädchen das fragt jeden tag ob irgendjemand mit ihr spielen will und niemand antworten spiel dann es tut mir so leid sie ist jeden und ja sie überlegt sich jeden tag im neuen satz so wer hat lust mit mir durch die welt zu fliegen oder und ich denke mir immer so ach mäuschen hat die fresse kevin so ja dann spiel doch mit ihr ne 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 ist gut kevin die die kim nimmt sie alle auf na ich nehme die streune auf aber monique war ein guter fang sie hat mich gefunden aber trotzdem vielleicht findet die andere dich auch bei jana haben wir auch einen guten fang gemacht alter wie viele helis hier in der luft sind warte ich hab hier metallica in der dauerschleife laufen es sind weiter verschmutzung gleich bei 50 prozent super niger 40 prozent vielleicht verschmutzt steht die musik gewechseln die helis hinter mir ich habe keine zeit ich mache euch später so nächste posten wo ich hingehen muss machen wir das dann kriegen wir wieder ein skill point das wäre schön ist dir das auch schon passiert du landest mit deinem ekran um nur was kleines holen zu gehen kommt zurück und er fliegt einfach weg ja die holen uns alter warum Sie klingen mir nach einem Tannertor. Einmal ein Computer-Terminal gefunden. Jemand schießt mit Raketen auf mich. Hallo. Hallo. Moin. Muss ich jetzt auch Hallo sagen? Ja. Nein. Wie geht's? Wie steht's? Ja. Gut. Gemütlich. Schön im Warmen. Ja. Kevin hatte heute Urlaub, also. Ja. Kevin war vor Gericht heute. Wieso? Ah. Wegen Macht. Hast du einen angerempelt mit deinem Maul? Wir haben seine Maul umgebracht. WTF, Mann? Man kann ja noch fruchteln, Mann. WTF? WTF? Aha. Alter, man kann ja träumen, ne? Oh, ey. Wir chillen unsere Nippel hier. Manchmal werden Träume wahr. Ne, ich hab... Ja, Kevin hat die alle platt gefangen. Ja. Er hat sich wie in GTA gefühlt. Ja. Oh, Scheiße, das ist real. Ich hab das in Trier. Ja, aber... Oh, hey. Nee, das ist das nicht. Nee. Nee, nee, nee. Nee. Nee, 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 nee. Nicht nachdem ich den Typen da... Nee, nee, nee. Ah, okay. Meine Mutter darf... Aber die nicht. Deine Mutter? Deine Mutter! Alter. Ich ruf meine Mama an. Ja, ich nicht. Da hast du nie die Eier vor meiner Mama, das zu sagen. Pau doch? Da traust du dich nicht vor meiner Mama zu sagen, deine Mutter. Dann sag sie nicht Pau doch. Egal wer du bist. Und du kriegst da auch eine, nur weil du dabei bist. Ja, wenn das immer so, weißt du. Deine Mutter hier und da. Und dann sag ich das meiner Mutter. Dann guckt meine Mutter ihn immer so an. Was hast du gesagt? Und dann redet er nicht mehr. Dann kriegt er das Münz, so ein kleines Münz nicht mehr auf. Ich hab keinen Bock auf den Bräulöffel. Ja, ja, sie schlägt immer mit dem scheiß Löffel. Ja, sie schlägt immer mit dem scheiß Löffel. Kochlöffel. Kochlöffel. Musst du zurückschlagen. Ich schwör, sie hat mir den Kochlöffel einmal so krass auf den Arsch geschlagen, dass er gebrochen ist. So krass ist meine Mama. Naja, man sagt ja immer, die größte Masse gewinnt. Der Löffel hat nicht gewonnen. Der war kaputt an meinem Po. Ich hatte ja bei Pofrost einen Unfall. Deswegen war ich vor Gericht. Erzähl ihnen das mal, was du damals im Garten gemacht hast, als Mama dich erwischt hat. Ich hatte Kopfhörer auf und ich hatte den Rasen gemäht. Bei meinen Eltern. Ja. Und er ist über dir in Rosen. Nee, 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 nee. Ich hatte da Unkraut gerupft und da war was Stochliches dabei. Und ich hab gewohnt. Was hab ich nochmal gesagt? Der Foto ist, keine Ahnung. Er hat noch geschrien. Äh, ich hab fuck und fick deine Mutter gesagt. Meine Mom stand da. Und ich wusste das nicht. Und dann sagt sie zu mir, was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Ja, muss ein Portugieses fluchen. Ja, anfangen auf wieder. Ja, anfangen auf wieder. Ich glaub, das versteht sie auch noch bis einen gewissen Grad. Ich versteh nicht, wo ist denn die Scheiße? Ah, faul in die Elektropflanze. Und meine Mom hat auch Ohren wie ein Luchser. Ah. Ganz schlimm. Oh Gott. Paki hat die Ohren von der Fledermaus, aber meine Mom hat die Ohren. Peter, warum Stiches? Aber ich geh dieses Scheißteil jetzt mit Absicht nicht diese Woche dahin. Wieso? Ja, weil ich mach das jetzt mit Absicht. Die weiß, wo ich wohne. Oder hat sie das vergessen? Sie kommt nicht. Sie kommt nicht hierher. Nein, sie wartet, dass ich zu ihr komme. Ja, das war der Plan. Ich hab von der Arbeit so ein R-Feuer geschenkt bekommen. Ja, dafür ist das schon. Mom will nun... Genau. Und ich hab angerufen vorhin, weil ich was fragen wollte. Und dann meinte sie so, ja wo ist denn unser R-Feuer? Ja. Wieso, das ist nicht deiner, das ist meiner. Ja, aber wann kommt der zu mir? Ja, dann... Du weißt doch, wo ich wohne. Wann bringt ihr den vorbei? Dann bewegt er den Arsch und komm ihn auf. Was macht der nicht? Frag Kevin. Die schneidet sich lieber ein Bein ab. Oder Kevin? Mhm. Meinte ich so, ja, ich bring den im Urlaub. Ja, weil ich hab hier sehr viele Rezepte liegen. Und dann hab ich so zu Kevin gesagt so, ja was bestellen wir zu essen? Und da meinte sie, ja mach doch den R-Feuer auf. Und dann ist das schon besaut. Ich hab noch reingespuckt. Sie will da ihre Hühnchen Garn kochen, keine Ahnung, feiern. Hühnchen ist sauer. Hühnchen ist sauer. Hühnchen mache cool. Geht die mir da auf den Sack da, ey. Ich wusste, dass sie es irgendwann anspricht. Ich wusste es. Ich kenn sie. Deswegen hab ich hier letztens gesagt, nimm ihn mit. Okay. Ich? Ja. Ich kann nicht. Ich hab die Hand voll. Ich hab dir gesagt, dass Mama fragen wird. Das erste, was ihr Telefon gesagt hat, wo ist mein Erfeuer? Ja. Sie ist sogar extra in ne Gruppe reingegangen auf Facebook, wo sie sich jetzt mit Erfeuertanten austeilt. Wow, wow. Wo sie sich gut gesteckt, tut einander. So wie duper war, ne? Ja, ich wollte euch grad sagen, da ist halt so wie duper war, ey. Jetzt wird ein Plan schon zu mir geplant. Planpartys für Erfeuer. Ich dachte aber auch so, all Respekt, dass Papa nix gesagt hat in dem Moment. Ne, als sie das gesagt hätte, war ich echt so. Okay. Es kommt der Punkt, wo ein Mann in einer Beziehung einfach gar nicht mehr sagt. Papa hat den Lebenswillen verloren. Ist wie bei mir. Er guckt dich einfach an und dann ist er schon... ...defeated. Aber ich muss sowieso nix. Ich geh dann nix. Das Problem ist, wenn ich morgen Abend dahin gehe, ne? Und ich nehm den Erfeuer morgen mit. Ja. Da muss ich egal wie da bleiben, weil ich Papa Hogwarts Legacy weiterspielen muss. Ja. Und dann wird's spät. Ja. Und dann wird's spät. Und dann heißt es, Kim, kannst du das bitte mal spielen? Kim, was machen Sachen? Ja. Ja. Deswegen mach ich ihm das, dann kann er weiterspielen. Und dann kommt die Kämpfe selbst nicht vorbei. Es war noch immer so, er hat, er hat ohne Witz monatelang, wenn ich so, ne, jahrelang an der PSP, an einem Lara Croft Level, gehangen. Und ich hab mit 14, glaub ich, hab ich mich gelangweilt im Urlaub und da hab ich das Level gemacht an einem Tag. Und danach hat er mir die PSP weggenommen und hat selbst weitergespielt. Weil das Level war ja gemacht jetzt. Wie viele Punkte hab ich noch? Ich hab keine Lust mehr. Ich hab keinen Bock mal die Map aufzudecken, weißt du das? Weil es sind nicht mehr so viel, es sind mal nicht mal 10 Punkte. Ja, ja! Ja, bis dahin, wenn der Baum wieder irgendwo im Berg steht und du suchst eine Stunde nach dem Eingang. Also, ich bin froh, dass ich bis jetzt keine neue Mission gefunden habe, wo ich diese Lichter suchen muss. Ich freu mich, wenn du die Motten transportieren musst. Ich freu mich. Kommt ein Bock und bei mir kommt keine Leiste. Ich kann nicht durchstehen wollen. Hm. Dann mach ich sie in Stress. Dreimal bin ich mit dem scheiß Vieh da durchgemacht. Vielleicht kommt noch ein viertes Mal, Alter. Hör auf. Hör auf, das ist ein Trauma. Es kommen noch Updates. Trauma. Motto begleiten 4 bis 16. Ne, stete Flügel heißt es. Aber ich hab hier jetzt viel aufgedeckt. Ich will es halt auch nicht im Schnellverfahren machen. Das ist ja nicht der Sinn da dran. Alter, warum hab ich hier Supernatural Musik laufen? Das ist geile Mulke. Ich muss das echt wieder gucken, die Serie. Ich hab so viele Serien jetzt wieder angefangen. Ich guck jetzt wieder Grey's Anatomy. Die sind doch fertig mit der Sendung. Ich fang von vorne an. Dann siehst du, dass ich wieder alle sterbe. Nö, weil ich verliere immer so die Lust ab Staffel 9. Dann sehe ich nur Lexi und Marc sterben und George. Meine Mom hat ja Gossip Girl entdeckt. Jetzt. Die Serie ist von 2 in 12 oder so. Ich dachte, sie guckt Glee. Glee hat es ja auch. In der Tat. Aber da sind wir durch. Danach waren wir bei... Sie guckt auch Bones noch gerade wieder. Ähm... Was war noch? Was war noch was? Vampire Diaries. Guckt sie auch sehr oft. Das sind alte Kamellen. Ja, aber sie guckt Serien sehr, sehr oft. Und immer wieder. Ich auch. Wie zum Beispiel Buffy haben wir letztens geguckt. Buffy ist rausgekommen. Da war ich noch ein junger Vogel. Buffy und Angel. Buffy ist rausgekommen. Ja. Und du hattest frei. Ja. Morgen haben wir nicht. Ja. Du arbeitest jetzt viel näher. Ja. Du kannst mit dem Roller dahin. Ja. Das heißt nicht, dass ich länger aufbleiben. Doch. Ich hab meinen Rhythmus. Okay? Und du kannst dann später aufstehen. Nee. Brauch ich aber nicht. So fünf Minuten bevor du auch weiter gehst. Nee. Ich brauch schon fünf Minuten da jetzt. Okay. Das Problem ist, Kevin ist kein Mensch, der aufsteht und der ist wach. Er braucht noch ein Jahr, bis er wach ist. Ja. Ich brauch meine Zeit. Ich steh auf und ich bin wach. Ich versuch noch die restlichen Wolken hier überall weg zu machen. Ja. Eigentlich krass, dass dieser Ikran auch nie müde wird. Du frisst ihn. Du stupst ihn ja immer mit Essen vor. Achst du. Scheiße. Ich seh nicht immer, ob die Wolken weg sind oder nicht. Jetzt muss man so seitlich gucken, ne? Mhm. Ja. Ja. Ich muss jetzt voll weit weg gehen. Wahoo! Kann ich nicht einfach hin schnell reisen und dann von da weitermachen? Sei froh, dass du nicht wie der eine Typ bist, der jetzt keinen Ikran mehr hat. Ja. Zumi. Ja. Der kann erst den Bush-Suit da nehmen. Na ey. Er hat Zumi getötet. Na? Ich decke das jetzt noch auf und dann gehe ich aufschlafen. Dann habe ich gar nichts gemacht außer aufgedeckt. Das habe ich auch die letzte Tage nur gemacht. Ja. Da können wir deine Bases... Die hast du noch nicht eingenommen, ne? Die von 20. Nein, noch nicht. Aber ich bin fast 60. Monique ist halt Level 19 schon, ne? Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Bittet. Die ist so brutal. Die suchtet. So. Viel Spaß euch noch. Gute Nacht. Tschüss. Tschö mit euch. Tschö mit euch. Tschö mit euch. Tschö mit euch. Tschö. 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 Nimmst du bitte mal ne Jacke mit ins Bett? Hä? Die Schmusedecke. Er wird damit schmusen. Nein, nein. Gestern habe ich gefragt, kannst du sie bitte mit ins Bett nehmen? Was macht der LSC liegen? Hä? 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 Los, Storm. Ihr fand schlief geschütztes Laiege los. Ja, ja. Ja, ja. Hältst du die Hand vor den Mund oder musst ich sehen, was für eine Arbeit dein Zahnarzt gemacht hat? Jesus, fuck man. Mann. Hä? 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 Was ist das geschafft? Das läuft gar nicht darüber. Das hier läuft über die Playsi. Ja, das spät. Mit der Mab. Ja, keine Ahnung. Puste drauf. Was weiß ich denn? Die unten. Die laufen doch. Wolltest du nicht mit den Hunden rausgehen? Du musst jetzt. Jesus. Hast du viel Zucker gegessen heute? Sicher? Zu viel Zucker. Komm für meinen Geburtstag, Beppo. Oh, Kiddie Bull. Da werden die Kiddie Bulls geknackt. Das ist ja hell. Also, wenn ihr Alkohol wollt, müsst ihr mich schon sagen welchen, damit wir den kaufen. Tom ist halt so krass, der bringt seinen eigenen Alkohol mit. Der bringt nämlich Grand Cru. Der ist auch gut. Jetzt habe ich die ganze Scheiß hier aufgedeckt, für das da nichts ist. Gerade, wo ich so froh war, kriege ich mich so in meine Mutter Loot zu holen. Dann fand ich mich. Ha! Und jetzt noch mal schlimmer, weil ich so ein bisschen am engensten Loot fand. Ich habe einfach eine mega fette Base gefunden. Ich kann es mal erinnern, dass ich es hier voll netztisch. Oh, gut. Geht mal dahin, dann kann ich die Nachricht schreiben nebenbei. Mit vier Kilometer einfach zu fliegen. Johnny. Also, ich schreibe halt in die Gruppe zwei Dulis an und die einzigen, die die Nachricht nicht lesen sind, die zwei Dulis. Das ist so typisch für Paul und Andy. Ah, da ist die letzte Lampe. Nein, ihr Kran. Wieso stößt du mich weg? Oh Gott, ich bin voll in den Baum geflogen. Ja, geschafft. Pippo, ich will eine neue Tablet kaufen. Schon wieder? Nein. Nee. Ich habe immer. Ich habe mein iPad von 2000. Zweite Generation. Ist ein altes iPad. Was ist ein gutes Tablet? Muss nicht von Apple sein. Was würdest du mir anraten? Was willst du damit machen? Das ist die Frage. Mehr als jetzt. Ich würde dann schon anfangen, da Sachen drauf zu wurschteln. Salva kam mit einem normalen iPad an. Ah, die iPads sind so scheiß teuer. Die sind überteuert, aber gut. Da muss ich nur sagen, das ist einer der wenigeren Produkte bei Apple, wo der Preis noch gerechtfertigt ist, aber sonst der Rest ist Müll. Sind die Samsung Tabletts nicht besser? Ja und nein. Also das Problem ist, bei Hochleistungsprogrammen hat das Problem, dass die nicht für Android programmiert wurden. Du hast zwar alle größeren Apps, die du kriegst, aber zum Beispiel rein alles, was Kreativität beinhaltet, ist ein iPad besser bedient, weil die Hersteller halt nur fürs iPad es programmiert haben. Das heißt, ich komme eigentlich an einem iPad nicht vorbei. Nicht unbedingt. Also ist dafür die Frage, was willst du damit machen? Meine Sachen designen. Ich will mit diesen Sachen halt anfangen. Und auf diesem iPad geht das nicht. Ja, weil das Problem ist, rein nur designen, das heißt nur optisch, ohne was zu fertigstellen, ist das iPad gut. Weil das Problem beim iPad ist, du kannst nur designen, aber nicht fertigstellen, weil das iPad keine Funktion hat, die Sachen weiter zu schicken. Ich glaube, Salva hat mir das auch erklärt. Er kann seine Fotos bearbeiten und alles, aber er kann sie nicht finishen auf dem iPad. Richtig, weil Apple es verhindert, dass das iPad die Daten weitergibt an ein anderes Gerät. Das heißt, du kannst deine bearbeiten Sachen nicht weitergeben an ein PC oder sonst was, ohne es über iTunes laufen zu lassen. Wie dumm. Ja, es ist sehr krüppelig, das Ganze bei Apple. Und dafür in manchen anderen Sachen ist dann Samsung besser, weil Samsung sehr offen ist und dementsprechend kannst du die Sachen mit allem verbinden und alles weiter bearbeiten bis zum Schluss. Gibt es das nicht von Microsoft direkt, sondern Surf-Tabs oder wie die Dinger heißen, die extra für Grafik-Dinger geeignet sind? Die Surface sind eher gedacht, alles was Office, also ideal für Schulen gedacht. Es ist nicht direkt... Es gibt auch so ein Tablet-Dinger von Microsoft oder war das von einer anderen Marke? Du hast von anderen Marken, so wie jetzt das Yoga, beziehungsweise hast du dann noch... Du hast verschiedene Marken, die einen Stift beinhaltend. Dann sprechen wir zwar nicht mehr von einem Tablet, sondern von einem Tablet-PC. Und das ist dann wiederum was anderes. Zum Beispiel mit meinem Surface kann ich auch sehr gut mit Photoshop arbeiten. Der Nachteil ist, sobald es beim Rendern geht, dann ist er die weiße Fahne, weil die Kapazität dafür nicht gedacht ist. Weil die Sache ist, mein Papa hat ein iPad Pro und er macht nichts damit. Er wollte es einfach nur haben, um es zu haben. Ja, ganz viele zeichnen auch auf dem iPad Pro, ne? Genau, so wie Salva. Er malt Tattoos darauf. Ja, aber da brauchst du ein Mac. Das hat er mittlerweile auch wieder. Aber ähm, ich wollte halt meinem Papa einen Deal anbieten. Dass ich ein neues iPad kaufe und er gibt mir dafür so einen Pro, weil da muss ich nicht so viel ausgeben. Beim iPad Pro bist du aber schon bei 1000 Euro. Je nachdem, also wenn du die 10. Generation nimmst, ja definitiv bei der aktuellen Serie, ich glaube das ist die 12. Generation, da bist du bei 1800 und 2500. Übertrieben teuer. Also das iPad Pro 12,9 Zoll Wifi kostet 1600 Euro aufgerundet. Das ist zu übertrieben, das ist mir zu teuer für ein Tablet. Und das iPad Pro 12,9 für 2022. Vergissens. Sechste Generation kostet auf Black Market 1000. Hi Phil. Soll man ein iPad nehmen, Phil? Ich weiß halt nicht. Weil die Sache ist, ich habe ja angefangen auf meinem iPad da rum zu designen und mich hat es halt mega abgefuckt, dass ich keinen Stift hatte. Und da wollte ich den Stift von meinen Eltern klauen und der geht nicht, weil mein iPad nicht Stifte unterstützt. Er ist zu alt. Ja. Und deswegen dachte ich mir so, dann kaufe ich mir halt ein neues, weil ich, dann gebe ich, ich kann das ja auch meiner Oma geben, das alte, weil sie puzzelt ja eh nur da drauf. Aber ich brauche eh ein neues iPad bald, weil ich nutze es ja aber eigentlich jeden, so gut wie jeden Tag. Der Phil sagt ein iPad Air. Ja. Ich habe momentan ein iPad Air. Ich bin glücklich damit. Salva hat ein iPad Pro. Aber das finde ich ein Overkill. Ich bin glücklich mit meinem S8 Ultra. Ich habe kein Tablet. Ne, Salva hat nicht das neueste. Ne, ne, ne. 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 Ich muss ja auch nicht das neueste, neueste haben. Also die neueste Generation. Das ist mir eigentlich wurscht. Aber nur halt eins, was mir, ähm. Ah ne, ich habe nicht das neueste R. Ne, oh mein Gott. Mein R ist von, keine Ahnung, zweite, dritte Generation. Das ist eins der älteren Modelle. Es funktioniert noch alles. Also, ich nutze es ja sehr oft. Braucht kein Tablet. Wie gesagt, ich nutze meins halt wirklich sehr oft. Und nicht in Pornos zu schauen. Nicht? Ne, mein Bruder hat auch ein iPad Air mit Stift. Marcel. Ja, wie gesagt, ich, ich überleg. Ich wollte mir halt wirklich spontan eins kaufen gehen. Weil wir haben halt so dieses Geschäft mit den Apple-Produkten vor der Tür. Bei der Arbeit. Und da dachte ich mir so, alter, das ist aber viel Geld, weißt du. Äh. Ich wollte eigentlich schon die ganze Woche mit Beppo darüber reden, aber ich habe es immer vergessen. Hm. Ich würde auch sagen, dass ein iPad Air reicht. Also, denke ich schon. Ich dachte halt, ich hätte ein neues iPad. Aber nachdem wir das so geguckt haben, da plötzlich, äh, ne, eindeutig kein neues iPad. Ich bin echt froh, dass ich mir den Stift nicht bestellt habe. Bevor ich das geguckt habe auf meinem iPad. Weil dann hätte ich das... Die Stifte kosten halt auch 200 Euro, ne? Die sind absolut nicht geschenkt. Unten hier steht, der Stift ist kompatibel mit jedem iPad. Genau. Und deswegen habe ich Kevin gefragt, kannst du bitte gucken, welche Generation ich habe? Und da habe ich erst gecheckt, wie alt mein iPad ist. Doch, 246 Gigabyte würden wir ausreichen. Also, gehe ich davon aus. Ich habe gerade eins mit dem tiefen, dem kleinsten Speicher. Und da hatte ich nie Probleme. Ach, schön gewartet. Nein, ich glaube... Sehr schlecht. Ne, ein bisschen mehr. 32. Wie gesagt, ich nutze das iPad eigentlich größtenteils zum YouTube schauen und Disney Plus. Aber ich will halt mehr damit machen und das kann ich halt nicht. Weil, wie gesagt, versuch mal diese Grafik-Design-Sachen auf deinem PC mit deinen Fingern zu machen. Du brauchst ja einfach nur ein Zeichen-Board. Entweder ein Zeichen-Board oder halt eine Tastenkombination, ne? Gibt extra Tastaton dafür. Ja gut. Muss ich aber auch kaufen. Ich habe ein Wacom, wo ich ja auch ein Bildschirm drauf habe. Den nutze ich momentan ja als Side-Bildschirm. Das Ding ist übelst kalt. Alles was Grafik ist, ich benutze es auch noch viel. Und Wacom gehört Markführer in puncto Grafiker-Boards. Bis du knapp bei 800 Euro. Die Teile sind jetzt nicht überteuert. Das geht besser als 2000 Euro für einen Pro. So. Wie kannst du ein Grafik, ne? Aufs Umgebung wird das mit dem Blick auf den PC. Ah, okay. Das heißt, du zeichnest auf deinem Grafik-Board. Aber das Endresultat siehst du am PC. Nicht unbedingt. Also du hast die, wo du nur drauf zeichnest. Wo du nur musst dich mit dem Bildschirm orientieren. Aber du hast auch die Grafiker-Boards mit Bildschirm integriert. So wie meins, wo ich hier habe. Und das sind auch ganz andere Stifte, die da zum Einsatz kommen. Also ein iPad-Pencil ist nicht so präzise wie der von einem Grafiker-Board. Ja, das kann ich mir vorstellen. Die Liege bei 2048 sensitive Punkte, wie man ihn hält. Ähm. Und das war halt der von meiner Zeit dazu. Mittlerweile sind die noch empfindlicher geworden. Ich dachte mir, jetzt kommt er hier mit 2800 Euro für den. Ja? Ja, ich komme auch gleich mal. Ich bin tot müde. Es kommt auf die Variante. Aber die Unterhabenden haben den Blick auf den Diffel. Wo kauft man solche Grafiktablets? tablets konnte überall kaufen oder mediamarkt er ich weiß nicht so wie mediamarkt habe ich es noch nie gesehen also wenn dann wirklich ist bei einem computerspezialisten kaufen oder auch auf amazon findest du welche war aber sowieso eine tablet da komme ich nicht vorbei guck aber all meine sachen auf der tablet das gibt mir so auf den nerven den ganzen scheiß hier auf amazon oder das geschäft ist okay dann gucke ich mir das mal ja meine eltern haben ja gefragt dass ich zu meinem geburtstag will und ich wusste nicht was und jetzt kriege ich geld also dann habe ich da ein bisschen muss gut scheinen für meckton naja da kommt ja nicht auf die idee bin ich wollte so es kommt so ein rucksack raus und die kosten will von der marke die ich halt sammle von den taschen ich will die halt unbedingt haben aber die die kostet nur 70 euro meinte meine mom so ich kauf dir doch nichts für 70 euro für den geburtstag aber ich will die tasche haben doch mir die tasche hat einfach meinem papa jetzt letzte woche ein parfüm von 180 euro gekauft 180 euro für ein parfüm gut ich gebe auch so viel aus für ein parfüm was meine mama schockiert sie meinte so 180 euro dass ich das ist eher die 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 welt von salva aber meine ich mein so zu meiner mama das erste mal wo ich ein teures parfüm gekauft habe weil jetzt zwei betonieren gutschein gekauft das war das erste mal aber sie bist du hast du im juni im juni weißt du noch nicht und dann nimmst du da kein urlaub weiß ich nicht glaube müsste ich morgen mal ein foto machen das war wir wollten dann eventuell wieder nach hamburg kommen wenn ich dir morgen bescheid sagen weil ilia fragt mich auch schon die ganze zeit inzwischen sind wir so alt dass für uns diese sachen meister natürlich sind wir so alt viel aber ich habe geburtstag ja meine mom ist halt so dass sie sie kauft mir halt gerne was zu trost viel ich freue mich nicht mehr auf mein geburtstag ich weiß immer okay wie dann ja näher an der kiste und das ist in zwei monate in einem monat ist das schon wieder mein papa ich meinte so wir haben nächste woche urlaub du hast immer urlaub gehst du auch mal arbeiten meinte ich so ja ich habe geburtstag falls du das wieder vergisst mein papa hat einmal meinen geburtstag vergessen und seitdem lasse ich ihn das spüren ich habe eine tochter ja ich finde gerade gerade deinen Vater weißt du also es gibt zwei menschen auf der welt die deinen geburtstag nicht vergessen sollen das ist deine mama und dein papa das ist einfach so ja zwar heutzutage kann man sich glücklich schätzen wenn man beide hat ja beziehungsweise wenn man weiß wer wenn man weiß wer die mutter ist und wer der vater ist ja das stimmt aber viel bei dem dem parfüm war halt die sache dass beppo mir einen gutschein geschenkt hat für ein bestimmtes geschäft dann kannst du nicht einfach woanders günstiger suchen ja deswegen denke ich gar nicht daran füllen also ob ich heute sterbe ob ich morgen sterbe du kannst ja einfach gucken die pfeffer die nicht immer holen hast von tom fort da klingt schon daher ich krieg diese base da nicht aufgedeckt beppo keine ahnung warum mal hätten die nicht was anderes hier machen können mal gucken hast du mal ein salva geschnuppert Phil der riecht auch so übertrieben gut jesus fuck ich weiß gar nicht was er benutzt er hat mir gesagt dieses johnny depp parfüm glaube ich dieses sauvage ja also gott sei dank muss ich den nicht zu oft kaufen weil der der kostet im literpreis 4759 euro das heißt in der 50 milliliter bist du bei 237 euro mein gott vergisst du es ja die erste sauvage ne ja er riecht übertrieben gut der bohr sauvage ist von äh Yves Saint Laurent normalerweise Dior oder Dior weil das war die das waren die einzigen die johnny depp nicht fallen gelassen haben so bei mir sind jetzt sehr viele Lüla Lüla Pünktchen aufgetürt ok jetzt ah jetzt war der Wolk ja das war ja seine Frau ist ja nicht schlimm er hat sie ja nie gehauen hm nein mittlerweile weiß man dass er von Frauen geschlagen wird hm ich muss sagen also wenn ich ganz ehrlich bin Amberheart hätte ich auch geschlagen so wie die sich da äh boah Bebo hast du auch schon die ganze hohe Präride aufgedeckt? ja guck alles fertig oh god ich hab jetzt mal den Kinglorwald komplett gemacht alles gesäubert jetzt geh ich einen rauchen und dann kann ich endlich mit den Quests anfangen ja ich muss noch hier machen ja es gibt noch ein paar Punkte die ich kann ich momentan nicht machen weil ähm die sind in der Gegend von der zone 19 äh da kam ich noch nicht dran und ein Teil wo mein ikra nicht rein fliegen kann weil ich da äh quest machen muss ok aber nicht schlimm ich hab den größten teil hinter mir ich bin glücklich jetzt jetzt brauche ich likuti ja 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 Diese Fragen sind ja manchmal so doof. Da kommt noch ein Scream raus. Irgendwann muss es aber aufhören, ne? Ist Marcel auch nicht mehr da, bin ich da leide? Bin noch da, alles gut. Entschuldigung. Ich musste gerade gehen, ich habe nicht geheult. Hat ein bisschen so geklungen. Meine Ketten sind heute angekommen, Marcel. Die ich auf Etsy bestellt habe im Dezember. Sehr nice. Ja, voll glücklich. Wie viel Uhr ist das bei Johnny? 22 Uhr. Wie du sieben. 15. Kennt ihr das, wenn ihr den wegstellt? Für den nächsten Tag und dann kriegt ihr schon eine halbe Depression? Ah, kenne ich. Geht's mir gerade um. Graurige Welt. Gut, okay. Ich habe auch heute das erste Mal mit meinen Eltern darüber geredet, über Twitch. Und da meinte ich so, ja, ich bin ausgezahlt worden jetzt vor kurzem. Und da habe ich meiner Mom dann halt gesagt, wie viel? Und sie so. Ist das ein Ernst? Ja. Ah, ich wusste nicht, dass du so viel Geld damit machst. Na, wie viel hast du gekriegt? 70. Das reicht. Ja. Respekt. Und noch TikTok. Jetzt bist du Influencerin. Das ist mir zu viel. Ich will auch kein Vorbild sein. Mit meiner Arbeit, die Kinder zu erziehen. Ah, bei 70 komme ich noch nicht hin. Wie sieht's denn bei dir? Du hattest doch auch viele Abos. Ja, aber da steht noch, dass ich noch nicht berechtigt für eine Auszahlung bin. Also ist auf jeden Fall noch unter 50 Dollar. Noch nie? Doch einmal wurde ich schon, aber es ist irgendwas mit 40 Euro. Okay. Ah, Twitch ist auch so eine bizarre Sache. Keine Ahnung, wie viel noch fehlt für eine Auszahlung, aber irgendwas unter 40 Dollar. Oder 50 Dollar. Jetzt hat mir jemand angerufen über WhatsApp. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Hä? Nicht? Nein. Influencerin. Hm. Fuh. Fuh. Schönen wir das. Fuh. 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 Hat sich mal gemeldet? Ja, ja, ich hab heute Mittag mit ihm telefoniert. Ja, ja. Ich bin wieder da. Was? Warum? Da warst du aber schneller. Ja, es ist kalt raus. Hattest du für mein neues Konzept gesucht? Nein. Und zwar, abends mache ich noch mal Streams und über Nacht lasse ich ein Offstream laufen. Und was machst du da? Checkst du da? Nein. Der Offstream, der läuft nur über YouTube. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil ich ja schon das längere nicht mehr Musik mache. Und ich werde da... Machst Frank Rosinen laufen. Musik. Aber Frank Rosinen wäre besser. Okay, ja. Da lasse ich meine alten Tracks einfach über Nacht laufen. Okay. Ich habe mittlerweile auch wieder neue Tracks gemacht. Und da habe ich auch schon für heute fange ich damit an. Ich habe da auch schon verschiedene Tracks zusammengesetzt. Das ist einfach gemütlich, Einschlafmusik, Chillmusik für Leute, die einfach abends ruhig eine Playlist laufen wollen. Lassen laufen wollen. Dann nehme ich Spotify. Ja, aber du hast einfach die Leute, die... Das mache ich auch sehr oft. Kurz vorm Einschlafen einfach mal so eine Love-Session laufen lassen. Aber das macht man auf Spotify. Ne, ich... Was macht dich jetzt besser als Spotify? Das ist nicht böse gemeint. Ich frage mich das nur. Was macht dich jetzt besser? Marcel fragt dich das auch. Er will es nur nicht sagen. Ganz einfach. Leute, die Spotify hassen, so wie ich... Was? Weil ich sage, YouTube hat es, äh, und, ähm, iTunes Music hat es besser gemacht wie Spotify. Kann man Spotify hassen. Aber gut, äh, Spotify wird höchstwahrscheinlich eingestellt werden, sobald das mit TikTok fertig ist. Weil TikTok hat ja mittlerweile ja schon allein in Südamerika ja schon den Markt dominiert. Äh, die führen ja, äh, äh, ja schon selbst so eine Musik-App ab. Ne, mir Spotify nicht weg. Ich lebe für die Podcasts, die da drauf sind. Der Vorteil eben in, äh, und das wird auch in Europa und in den restlichen Kontinenten so ablaufen. Ähm, die Range, die, äh, TikTok momentan hat, ist sehr groß. Und dann noch zusätzlich, da die Leute sowieso auf TikTok mehr mit den Musiktiteln rumspielen, fängt, äh, TikTok an alle Lizenzen aufzukaufen. Und, äh, durch ihre Musik-App haben sie halt sofort dominiert, weil die Leute die Musik gleichzeitig mit ihren Videos verbinden können. Äh, und das nicht mit, äh, Begrenzung von der Länge. Das Problem ja zum Beispiel bei YouTube Shorts kannst du lizenzierte Musik in deine Shorts einbinden, aber maximal 15 Sekunden. Und bei TikTok, jedes Lied, das lizenziert ist bei denen, kannst du ja in voller Länge in deinen Videos rumlaufen lassen. Okay. Und das hat eben der Vorteil, du hast als Influencer und Content-Creator viel mehr Möglichkeiten mit TikTok wie jetzt gegenüber den anderen Social Medias. Und die machen sich das jetzt zunutze und machen daraus eine komplette Musik-App. Okay, aber Beppo, du willst mir, du willst mir meine Podcasts wegnehmen? Ja gut, aber das kannst du auch danach über, äh, direkt über TikTok machen. Das heißt, äh, Spotify hat nur dieses Format. Und wenn die sich nicht weiterentwickeln, werden die auf der, äh, Fläche bleiben. So wie damals dieser. Oh mein Gott, ja, das sagt mir noch was. Dieser war eins, äh, ähm, es gibt es noch, aber es gibt sehr wenige Leute, die es noch nutzen. Ja. Und die ist aber eins zu eins Spotify. Nur, dass Spotify, äh, ihr Markt besser vermarktet haben. Okay. Also ich bin, also dem Moment, wo ich ins Auto steige, läuft bei mir Spotify, bis ich wieder zu Hause bin abends, ne. Ja, das läuft bei mir echt den ganzen Tag. Und auch für, ähm, die Ausbezahlung als Künstler wird bei TikTok höher sein gegenüber von, äh, Spotify. Okay. Mhm. Wie, wie kann man, wie kann man Podcast hochladen auf, auf Spotify? Muss man sich da irgendwie anmelden, oder? Ja, du musst dich anmelden und, äh, sind dann Gebühren, äh, gebunden, bis du sehr zum, äh, Affiliating bist. Aber solange du kein Affiliator bist, zahlst du nur, bis du wirklich verdienst dran. Aber dann, wird das denn kontrolliert, oder könntest du jetzt so voll die, die Nazi-Parolen da hochladen? Das wird schon kontrolliert. Okay. Nämlich stell dir mal vor, da ist ja jemand, der jetzt voll die Nazi-Parolen da da hoch, weil du weißt ja, wie die Menschen sind, das ist ja nicht mal so abwegig, dass jemand das macht. Das Problem ist ja, ähm, äh, mit den Podcasts allgemein, äh, die sind ja immer mehr auf den Inhalt darauf fixiert, was da gesprochen wird, weil, äh, einer der Deutschen, äh, wie, nicht, doch, er ist schon ein Verschwörungstheoretiker, aber er sagt sehr oft die Wahrheit, auch momentan über die ganze Geschichte, äh, wie heißt der noch, äh, sein Kanal heißt, äh, muss ich einmal gucken, schnell, ich gucke immer seine Shorts-Videos. Ich höre das, was ich auf Spotify sehr viel höre, ist Felix Lobreich. Äh, tut, 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 wo sind... Boah, ey, die Prärie fickt mich ja noch mehr als, äh, das andere Scheißdinge. Hat er sich bei dir gemeldet, Phil? Ja, Salva, bei mir. Ja, bei, bei, ob Salva sich bei Phil gemeldet hat. Ach, bei mir. Das wird mich halt... Also ich glaube, wer, wer hat, wer von euch hat was von Salva gehört die letzten Wochen? Gar nicht, ich stehe nur bei COD online. Nein, das ist nicht er. Naja, ich weiß. Er hat halt sein Profil. Ja. Ne, bin ich die Einzige, mit der er jetzt stetig Kontakt hat? Also es ist ja fast kein Tag, wo ich nicht mit ihm telefoniere. Also er hat mir sogar noch vor fünf Minuten geschrieben. Okay. Ja, einfach abwarten. Boah, ich muss die Prärie hier gerade entdecken. Da ist es einfacher, weil die Prärie ist, äh, zwar groß, aber hat nicht so viele Punkte. Und nicht so fucking viele Bäume. Ich bleib immer im Baum hängen, wie so eine scheiß Mutter. Ich geh so gleich ins Bett, weil ich bin müde. Ich merke gerade, dass ich sehr viele Shorts auf YouTube schaue. Zu viele. Ich muss noch Shorts machen für YouTube. Letztens wollte ich live gehen auf YouTube. Und da musste ich mich irgendwie 24 Stunden lang gedulden, bis das mal akzeptiert wird. Ja, du musst eine Anfrage machen, die 24 Stunden dauert. Und dann, ähm, muss ich halt, ich weiß gar nicht, für so einen Short, geht das wie auf TikTok oder wie? Nee, das funktioniert ganz anders. Also, beim Handy ist es am einfachsten, aber da wird, äh, die Qualität, äh, runtergeschraubt. Dafür ist es besser, über PC es zu machen. Ähm, und beim PC ist es so, da musst du den Short ganz genau, muss unter einer Minute sein. Okay, und da muss ich dann mit extraen Videos das, äh, auch anpassen. Okay. Das würde TikTok nicht schon unheimlich viel Zeit wegnehmen. Ich habe übelst viele, viele, ähm, TikTok, ähm, TikToks, ja, in meinem, meinen, äh, Entwürfen. Ich muss die eigentlich noch alle hochladen. Ich mache mir da echt Mühe damit, aber ich kann auch nur einige machen, also ein paar machen am Tag und dann habe ich wieder keinen Bock mehr, weil das nimmt viel Zeit weg. Wem sagst du, ich mache das jeden Tag? Ja, also es ist alles schon Arbeit, sieht man schon einfacher. Aber, ehrlich gesagt, ich habe das nie gemacht, Phil, aber Beppo, wenn ihr sehen würdet, ohne Scheiß, was Beppo alles macht, glaubt mir, dann hätte er viel mehr, viel mehr Follower und sowas verdient. Und ich habe das halt auch angefangen jetzt zu machen mit den Shorts, äh, nicht den Shorts, den TikToks. Die Shorts muss ich mir noch überlegen, wie, wie das halt geht. Nehmt halt Zeit weg. Boah, die Prärie ist ja auch... Oof. Okay. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen eine Base gefunden. Schon wieder. Ja, hier oben. Hier, hier. Marcel, du musst dir das Spiel auch kaufen. Das Avatar, oder was? Ja. Nee. Warum nicht? Kein Geld dafür. Beppo wollte es sich auch nicht kaufen. Jetzt hat es ja trotzdem immer. Komm doch in meinen Discord, du witzbehalt. Als nächstes kommt Dings Stream Deck und dann gucke ich mal was. Als nächstes kommt Tekken. Nimm es mir jetzt selber. Tekken, ja. Ich habe es ja eigentlich gegen den Penner bestellt. Aber ich mag es halt, das Spiel. Wie du bist in meinem... Oh Mann, Entschuldigung. Oh Mann. Wartet kurz, Leute. So. 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 melodischen Geräusche hast du nicht mal gemacht. Oh mein Gott. So. Also ich lache auch noch wie so eine Behinderte darüber halt, ne? Oh Mann. So das Schlimmste! Phil ist auch am Stream, habe ich gar nicht gesehen. Ne, ist Lüge, Lügenpresse. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Nein, ist nicht Lügenpresse, ich habe es ja gesehen. Ne, stimmt nicht, du hast dich verschaut, das ist jemand anderes. Du spielst Call of Duty. Ne, ich spiele Animal Crossing. Ja, das muss ich auch nicht spielen. Er wird mir Zollweißer kaum spielen. Siehst du nicht so diese ganzen Tiere hier? Ich bin im Zoo gehört, deswegen passt es. Ich bin bei mir auf der Arbeit, da komme ich mir auch immer vor wie im Zoo. Den doofen Diskussionen, die da laufen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich letzte Woche morgens um 7 Uhr für eine Diskussion auf der Arbeit hatte. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja. Ich schwöre dir, die Leute haben eine Meinung manchmal. Drecklich. Ah, hier kann ich hin. Gut. Beppo, wie groß ist die Prärie bitte? Richtig groß. Ist sie noch größer als der Klingorwald oder wie? Ich umfliege hier gerade die Randung und es nimmt kein Ende. Du doch, also die ist größer. Bist du schon im verhangenen Wald? Noch nicht. Da mache ich ja jetzt die Quest. Der wird noch größer sein. Hast du denn schon all die Bases da weggemacht? Alles. Im Prärie? Ja. Bis auf die 19. Alter, wie lange spielst du? Wer spielt was? Wie lange spielst du immer, Beppo? Oh, sehr lange. Wo wohnst du im Spiel? Warte, warte, wenn ich Urlaub habe. Eine Wohnung gemietet. Ich muss das Spiel fertig haben bis zum 1. Februar. Na, warte, bis ich Urlaub habe. Du kommst in den Urlaub, dann sage ich, ich bin fertig. Gelber Schein. So, der 21. wird es im Monat, dass ich hier zu Hause bin. Also, ich versuche weniger gelbe Scheine dieses Jahr zu haben. Also, die Betonung liegt auf, ich versuche es. Nicht, ich mache es, ich versuche es. Dann gucken wir weiter. Was bin ich hier zerschreckt, Mann? Ja, ich bumm's doch dein scheiß Leben aus dem Hirn. Nicht so aggressiv, bitte. Was, meine Mutter? Diese Aggressivität. Was jagt mich jetzt doch? Was jagt dich? Fetzer? Habe ich? Ich habe nicht ganz verstanden. Ey, jagt mich irgendwas. Ich weiß nicht was. Bitte jagt mich nicht. Ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schorki. Jetzt wollte ich auch deine Mark. Alter, geht das da auch noch hoch? Oh nein, das ist die Verbindung zum Verhangenen. Nein, das ist dieselbe. Oh! Pepper, wie groß ist diese Map? Sehr groß. Richtig groß. Willst du mich verarschen? Hast du das alles aufgedeckt? Ja. Oh, ich dachte, ich mache jetzt noch so schnell, schnell die hohe Prärie, aber nö. Ich bin überfordert, das hier ist ja enorm. Okay, ich mache nur die Umrundung. Soll ich jetzt meine Mutter gewinnen lassen und ich nehme dieses Scheiß Dingens da mit? Morgen und dann bringe ich ihr das oder soll ich sie schmoren lassen bis nächste Woche? Lass sie schmoren. Aber sie könnte es ja halt auch echt abholen. Ich würde sie ja sogar runterbringen. Die stehen überall, Digga. Kann ja nicht sein. Mama, wir mobben mich im Internet. Ja, Beppo. Die erste, die das Spiel fertig haben wird, wird die erste, die das Spiel fertig haben wird. Mit Monique sein. Ja. Die Hasselt dadurch. Die Rente durch. Ich hätte halt auch nicht gedacht, dass das Spiel so groß ist. Oh, hier geht es ja noch weiter. Willst du mich denn verarschen? Bitte lass mich hier irgendwo gegen eine Wand fliegen. Es nimmt kein Ende, es nimmt kein Ende. Ja. Was gibt es denn da oben? Oh, die Erinnerungsmalerei. Ist ja auf jeder Ecke was. Nein Gott. Vielen Dank. Das hier ist natürlich ein bisschen scheiße, Beppe, weil ich den verhangenen Wald schon aufgedeckt habe, kommst du von meiner Prärie sofort in den verhangenen Wald rein. Das heißt, ich habe jetzt aus Versehen einen Teil vom verhangenen Wald aufgedeckt, weil ich dachte, das wäre Prärie. Das heißt, du kannst über die 100 Ecken hier, kommst du ohne Scheiß in den verhangenen Wald rein. Oh, hier backt's, hier backt's, die Bäume fliegen. Weiter geht's. Immer den Fluss entlang. Echt geil. Ich höre noch Monique so, wir haben das aufgedeckt. Die war glücklicher als ich. Die Cam wollte nur noch heulen. Ähm, also wirklich nach 2 Uhr wollte ich echt heulen. Und die wollte ja noch weiterspielen. Die hätte noch weitergespielt bis morgens 6 Uhr. Die Sucht kickt rein, meinst du? Ja, bei ihr schon. Ah, ja schon. Ah, jetzt bin ich aus Versehen im verhangenen Wald rausgekommen. War da eine Base? Hat die gerade Bomben... Ja, die haben Bomben abgeschossen. Komm, blockier mich doch. Lass mich zurückfliegen irgendwo. Bitte. Versammlung der Schütze. Jetzt hab ich das aufgedeckt. Wir kreppieren wieder Tiere. Weißt du was, Beppo? Ich guck jetzt mal hier, was, wie viel die Basen sind. Was für Level. Weil, das sieht mir sehr stark nach einer sehr starken Base aus. Vielleicht gibt's noch mehr 20er. Oh, Beppo Level 19. Ja, das war nicht die einzige Level 20er, die wir haben. Ja, der verhangene Wald ist nur so Base. Cool. Cool. Weißt du, ich bin einfach falsch abgewogen. Okay, das heißt, ich muss eigentlich hier hin. Und dann hier hin. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn das für eine Base? Level 15. Oh. Nee, da komm ich hier raus. Ey, komm. Der ja, nee. Die Leute, die das schon auf 100% gespielt haben. Ich versteh's nicht. Haben die kein Leben? Wann ist denn das Spiel rausgekommen? Im Dezember. Ja, natürlich. Es gibt glaube ich, die Crack-Heads sind. Die haben kein Leben. Beppo jetzt ohne Scheiß. Wie viele Stunden. Da hat jemand geschrieben, er wäre 80 Stunden im Spiel gewesen. Und er hat's fertig. 80 ist es da durchgerannt. Und... Ja gut, ich habe... Er hat nur die Hauptquests gemacht. Nein, er hatte alles auf 100% mit den, äh... Dingern. Ich hatte damals, äh, den ersten Teil vom Remake von Final Fantasy VII vier Tage vor dem Release bekommen. Und ich hatte es... Um einen Tag habe ich es nicht geschafft, die Platins, äh, zu haben, bevor das Spiel offiziell rauskam. Aber das ist... Das macht doch gar keinen Spaß, wenn ihr das alles schon so durchsuchtet. Doch, gerade. Also, ich spiele es ja nicht, um es so schnell wie möglich durchzuhaben. Aber es hat mir so Spaß gemacht. Und Final Fantasy, äh... Remake musstest du dreimal durchspielen, um es, äh, um die Platin zu bekommen. Das heißt, ich habe es einfach mal in dieser kurzen Zeit dreimal fast durchgespielt. Meine Güte. Die haben halt 100% und ich habe das da gesehen und ich dachte mir so, what the fuck. Mann. Aber ich kam ins Leaderboarding auf Platz. 51. Dann gibt es noch 50 schlimmere Leute als dich. Ja. Ja. Ja gut, äh... Du musst dir vorstellen, es gibt Leute, die machen wirklich einen Handel auf. Ja. Einen Handel auf, damit sie die Spiele früher bekommen. Komm, es ist niemand reingekommen, ne? Das war Phil. Das weiß ich. Hm. Ja, aber komplett verrückt. Ich habe ja ein Kumpel, der hat ja extra ein... 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 Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ein Handel eröffnet, damit er die Yu-Gi-Oh-Karte im Vorverkauf bekommt. Ach, so einer. Ja, ja. Also ich spiele ein Spiel, ähm... Ja, weil es mir halt Spaß macht. Wiederspiel mit dem Krokodok. Krokodok. Alter, durchzuraschen so, keine Ahnung. So, dann, da fangen wir mal mit die Quests an. Uh, Jack. Naja, nachdem Beppo jetzt drei... Oh! Beppo hat Quests, äh, bis zum geht nicht mehr. Ja. Clanaufträge. Guck mal hier. Fünf und drei, ich habe sieben und die nerven mich schon. Guck dir. Oh, boah. Das heißt, die hast du auch alle aufgedeckt. Ja. Oh, boah. So, also ich denke, ich fange mit den normalen an. Scheiße, ich bin aus Versehen in der Dingenskirche. Fangen wir mit tödlicher Jagd an im King-Lover. Pass auf auf den Tanator. Ich bin stark genug für das 40. Nee, der gibt dir einen, einen Flapp und du liegst. Der hat mich so weggesnackt vorgestern. Schießt ihm in den Kopf und ist er weg. So. Wo ist mein Irkran? Jetzt komme ich wieder in die Prärie. Nehmen Sie Ihren Irkran. Irkran, flieg nicht weg. Doch, er will dich nicht. Tschüss. Wo geht der? Jetzt spawnt er weg. Psst, ist er weg. Hä? Was hast du gemacht? Hast du ihn sauer gemacht? Komm her. Hast du ihm bestimmt gesagt, dass er stinkt oder so. Ich mache aus dem Chicken-Loggin. Ja, jetzt würde ich auch nicht mehr zum Chicken-Loggin. So, ich mache das Spiel aber jetzt aus. Ich habe kein Bock mehr in den Scheiß. Ich habe den Kiefer geknackt. Das spielt mich auf dem Wettbewerb. Ich habe den Kiefer geknackt. Ich habe den Kiefer geknackt. Und jetzt bin ich wieder weg. Okay. so was wollte ich machen ich war gucken muss ich hier aber ich nehme eine abkürzung obwohl ich ich glaube ich spiele die haupt story weiter weil es nervt mich und diese kosten zu haben ja ich spiele die haupt story weiter bis ich das freigeschaltet habe und dann wird der rest gemacht weil mit denen quest muss ich überall hin teleportieren dann mache ich die hauptquests weiter da bin ich jetzt umsonst hier nach unten gerteleportiert ja ich hab noch ein paar haar verflogen vieles kam es kam jetzt öfters ich hab dir gesagt dass er mich ja nur noch kim nennt und jetzt wo ich distanzierter bin jetzt kommt stets konstantlich bb hier bb da jetzt schreibt er auch wie so weißt du war dich so gemeint baby bla 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 weißt du ja ach ja küm musste mal so hin wie fandst du das bild heute fertig posten denke und dinge vor allem er hat mir auch gar nicht geantwortet gestern bisschen geschrieben keine ahnung er hatte heute seine zahnbehandlung deswegen war ja auch ein bisschen nervös glaube ich ich bin so froh wieder eine wave zu haben auf warte schon eine doof geschickt naja oh mein gott wie cool ist das denn hast du das selbst gemacht ich hab das beauftragt wo hast du das beauftragt beim dings wie einfach da ich kann es dir sagen oh mein gott ich will das auch machen das sieht ja mega du siehst richtig so keine ahnung warte ich muss suchen wie viel kostet sowas es ist ein grund abo ich glaube 40 euro ist es im monat das das beauftragt ja das ist so eine seite so ähnlich wie karn oder kurner leonardo also wird sich geil aus das waren jetzt vonverlägern durch¸ App, hast du Geld bezahlt? Nicht für die App, es ist eine Webseite. Ja, ich weiß. Da kannst du... Da habe ich mein Logo auch gemacht. Kannst du ja, weil ich die für verschiedene Sachen nutze. Du kriegst ja pro Tag Tokens. Genau, du kannst vieles umsonst machen. Aber hier ist spezifische Sachen, die dir ähneln, kriegst du nicht umsonst gemacht. Okay, ja. Ich habe bisher nur Basic-Dings genutzt, quasi, und dann halt äh... Ja. Ein paar Punkten-Texte eingegeben. So was. Aber die Seite kann ja viel, viel mehr die... Du kannst denen sogar ein Kind, eine Kinderzeichnung reingeben, und die machen daraus eine richtig geile Zeichnung. Da muss ich mich einloggen, ne? Nehme ich an. Und einen Account machen. Das mache ich nicht mehr heute. Ich glaube, schon geil aus. Du siehst aus, ihr Foto tut besser aus, als es mir leid. Entschuldigung, meine Psychologin hat gesagt, ich soll aufhören, damit. Tut mir leid. Oh mir leid. Es ist aber auf jeden Fall schon geil geworden. Überall blockieren, also ich würde es mir nochmal mit der Freundschaft überlegen, wer von... Kriegst du keine Geschenke am 24? Wenn du am 20. Aber okay. Nah dran. Ich dachte auch 24. Nein, ich habe am 25. Geburtstag. Und ich feiere am 27. Stimmt, am 24. muss ich wieder arbeiten gehen. Und Beppo kommt am 27. mit der nächste Zähne. Am 25. verbringe ich mit meiner besten Freundin. Gehen wir shoppen. Mit einem Zähner. Sie ja. Oh, hat er das. Sie schon, aber sie hat ja mich dabei. Letztens waren wir... Wann war das? Im September, glaube ich, waren wir in Saarbrücken. Wir gehen auch dieses Mal nach Saarbrücken. Und da gab es so einen Snuddy. Ah, den Katzen-Snuddy, den ich halt auch habe. Ich glaube, der hat 30 Euro gekostet. Sie ist ohne Scheiß in Freimark 20 Minuten um diesen Scheiß-Snuddy umhergetanzt. Hat gerechnet, links und rechts, ob sie sich das leisten kann, bis ich so genervt war, dass ich ihn einfach gekauft habe. Für sie dann oder für dich? Ja. Für sie und für mich. Na, okay. Ich dachte mir, weißt du, sie hat auch, sie ist letztes Mal auch so um so einen Teddy geschlichen. Der hat auch 5 Euro gekostet. Und da habe ich ihn einfach in die Tüte gepackt und gekauft, weißt du. Muss doch nicht um sowas rumschleichen. Okay, wenn du mich jetzt fragst, kaufst du mir das, kann sein, dass das ein bisschen falsch rüberkommt. Wenn du das jetzt öfters fragst, weißt du. Aber bei ihr weiß ich, dass sie das, dass sie nicht profitiert, weißt du. Deswegen, mir doch wurscht. Kommt halt auf die Beziehung mit der Person halt an, so. Also sie ist seit 20 Jahren meine beste Freundin. Ja gut, sowas wie beste Freundin ist halt so, oder bester Freundin ist halt so, kann man mal so machen, so. Also sollte jetzt auch nicht tagtäglich sein, aber so, ich meine, so ein Film oder so, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Guck, Salva hat mir einen Stern geschenkt. Die Kette habe ich aber am liebsten, weil die Kette habe ich, glaube ich, nicht mehr ausgezogen, seit Salva hier war. Und seit sie ihn berührt, hat er auch nicht mehr Dusche. Uff. Wird auch schön mit Juno Sauvage eigenparfümiert. Nein, leider nein. Nein, weißt du, so wie du in Japan diese Unterwäsche im Automat kriegst, hat sie ihn auch so eingepackt. Okay. Er meinte halt nächstes Mal, wenn er hier ist, bringt er mir so ein kleines Parfümflächchen mit seinem Parfüm. Ah, der Bua riecht halt echt gut. Also Beppo, du kannst sagen, was du willst. Er hat echt gut gerochen. Beppo hat ihn ja auch gesehen. Ich habe ihn nicht gerochen. Ich hatte seine Jacke ja den halben Tag an. Oh, der hat so gut nach ihm gerochen. Ich habe lieber mit Knuff gekuschelt. Ja, der Beppo und der Hund, das ist die Liebe. Vielleicht, ihr habt das Foto nicht gesehen. Das ist die Liebe. Ja. Wir haben zusammen was auf dem Handy geguckt, oder was habt ihr dann gesagt? Was hast du gemacht bei Leonardo? Hast du einfach nur Image Generation gemacht, oder was? Ja, Image Generation, dann hast du die Möglichkeit, bei der Pro-Version, hast du noch die Option, zusätzlich drin, Fotos reinzuschicken. Was bezahlen, Marcel, du kommst dich daran vorbei. Und dann kannst du dann anhand von Fotos wie bei den Bildern eine Thematik reinschreiben. Ja, mach dieses Bild im Thema Gaming, im Thema Musik. Also so JetGPT-mäßig dann. Genau, es ist eine AI, die aber auf Grafik basiert. Wenn ich jetzt sage, Profilbild für Onlyfans, dann siehst du, kämen sie mit Socken in die Haut. Sockenfetisch. Ach, das wird doch voll cool. Stell dir mal vor, dann schreibst du dahinter, ich will ein Hamster sein. Oh mein Gott. Verstöre. So ein Hamsterfetisch. Ich hatte, ich hatte noch nie einen Hamster. Ich hatte noch nie einen Hamster. Der Vorteil mit der Pro-Version, ist eben für meine Abends, für die Bilder, die ich ja da über Nacht da laufen lassen mit meiner Musik, ist halt so, dass ich dann auch das Lizenz zu diesem Bild habe. Das heißt, ich kriege keine Monetarisierungsprobleme. Ich, ich, was für Musik, lässt du da so Porno-Musik laufen, so Soft-Porno? Nö, ich habe früher sehr viel, ich habe ja einen Musikabschluss. Was hast du denn, was läuft denn da für ein Genre? Lofa. Also, ich könnte auch ganz eiskalt dasselbe machen und Kevins DJ-Sets laufen lassen. Da habe ich auch das Copyright. Weil du da immer so reingebrüllt hast. Ich glaube, nö, aber ich glaube, also, wir würden das geben. Ja, aber hat Kaffeein selbst Musik gemacht oder hat er nur geloopt, das heißt, gemixt von verschiedenen Liedern? Ja, gemixt, glaube ich. Und dann ist es nicht mehr eigene Musik, dann hast du Probleme, das darfst du nicht so spielen lassen. Du darfst aber Remixer ablaufen lassen. Ja, aber du darfst keine Monetarisierung beantragen. Will ich nicht. Aber ich weiß, ich muss das gucken mit Kevin sowieso. Ich könnte das ja auch, ich habe sie sind, seine DJ-Sachen liegen ja noch alle hier im Keller. Er könnte das halt auch auf Twitch streamen, aber der gute Junge will nicht. zu schüchtern. Hm? Er ist zu schüchtern. Nee, er hat das echt oft gemacht, ne? Er hat ja auch auf Facebook gelivestreamt und alles, aber er hat einfach seine Passion dafür verloren. Deswegen die 24 Stunden, die wir da am Nationalfeiertag gedejt haben. Meine Fresse, Mann, ich war todmüde. Jeder um mich herum hat Speed genommen oder so und ich war die Einzige, die nix genommen hat. Oder einer der wenigen? Einer der wenigen. Und die saßen alle um mich herum, Mann, haben alles reingeschossen und ich dachte mir so, bitte lieber Gott, lass es einen verzeiht sein, damit ich nach Hause gehen kann in mein Bett. Und dann, was macht Kevin? Kevin hatte am Tag davor morgens einen Hamburger gekauft. Der lag den ganzen Tag bei 30 Grad im Auto. Der war mehr als eklig. Am Tag danach morgens, ich saß halbfertig beim Auto, ich war wirklich, ich war komplett am Arsch. Haben Kevin diesen Burger aus dem Auto und isst den. Nachdem der einen Tag bei 30 Grad und eine Nacht im Auto geschimmelt hat. Geht doch. Hat er danach wenigstens scheißerei gekriegt? Nein. Dann war er auch nicht schlecht. Ich weiß, wenn für meinen Geburtstag seine beste Freundin da kommt, die war nämlich neben mir und wir haben ihn angeguckt und dachten so, der hat den gegessen mit so einem Genuss und ich dachte mir so, wenn ein anderer Kumpel von ihm kommt, weil wir mussten ja alles aufbauen, die Bühne und so, kommt ein Kumpel von ihm, es waren 30 Grad und er so, willst du was trinken? Und ich so, ja, ja, okay, dann geht er in den Kiosk, kommt mit zwölf Flaschen Bier zurück. Die zwölf Flaschen waren weg innerhalb von einer Stunde und er alleine hat die alle getrunken. Bruh. Ja, das ist richtig brutal. Das ist noch nix, mein Mitbewohner hat einfach mal alleine ein 25er, äh, ein 24er Kasten leer gemacht. In einer Stunde? Ich glaube, es waren zwischen zwei und drei Stunden, aber trotzdem er alleine die 24, eineinhalb Liter. Bruh. immer wenn er kein Bier mehr in der Hand hatte, ist er in den Kiosk gegangen und ist mit Bier rausgekommen. Und er wird auch nicht betrunken, weißt du, er ist so ein Alkoholiker, der schon einen bestimmten Pflege braucht, immer überhaupt zu existieren. Aber er ist echt cool. Ich habe Deep Talks mit ihm geführt. Mein Mitbewohner, der ist richtig hart, wenn es um Trinken geht. Wir waren einmal beim Nachbarn eingeladen. Ich hatte einen Detox den Monat und dann hat er alleine gesoffen mit dem Nachbarn. Wir wurden nicht wieder eingeladen, weil er, ich glaube, er hat mit dem Nachbarn sieben Flaschen und drei Tetrappox vorhin gesoffen. Ja, klingt gut. Kann man mal machen. Meine Kette sitzt zu fest. Ich merke das beim Gehen. Vorbei ich kann da Elite am Stream laufen, aber sowieso kann ich geschehen etwas zu lizenzfrei. Was? Hier von meinen Lidl. Hm. Das guck an. Da steht alle angepackt. Hä? Ist das so dumm? Oh Gott, ich bin nur noch am gehen, mein Kiefer hat gerade geknackt. Auch bei mir ist es auch schon feuer. Kann ich das denn knackst? Ich höre so was knackt. Johnny ist mal gute Nacht gesagt, dann muss ich noch gute Nacht sagen und dann gehe ich schlafen. Okay, gute Nacht. Ja, ich mache das jetzt. Also, Leute, ich gehe Schläfchen machen. Wir hören uns morgen. Kannst du gerne, ihr wartest wie im Nächsten. Okay, wir brauchen gerne schlafen. Jo. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. So, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. auf jeden Fall sagst du zu meiner Musik ich hab den Stream of Mutism ok bekomm ich da nicht so viel mit gerade und du musst morgen arbeiten oder hast frei? ne ich muss arbeiten morgen Abend dann in so Nachtschicht dann oh das geht ja ja kannst du noch schön gemütlich ausschlafen und noch den ganzen Tag und erst so um 10 dann zu arbeiten also ja ab 18 Uhr dann halt erst arbeiten und dann auf entspannt halt wo ist denn meine Ekran ich bin mal gespannt morgen habe ich erst Termin beim Physiotherapeut und bist du noch krank geschrieben oder? ich bin noch krank geschrieben ja was hast du eigentlich gemacht mit dem Bein hast mit dem Bein ist es so äh ich hab den Sportexamen gemacht äh für Sportaufnahmeexamen äh für die Polizei gemacht und habe da den zweiten Bock äh sozusagen übersprungen hast du fliegen gelernt? ja äh ich bin äh drüber gesprungen äh aber mein Fuß ist nicht auf den Bock gelandet sondern neben dem Bock und hab auch die Matratze verpasst ja ja und voll so ungefähr in der Höhe von 1,40 Meter auf den Knie geflogen ja blöd ich ist halt dumm gelaufen ja gut wie ist jetzt sicher äh wahrscheinlich wieder gesund und dann geht das wieder ja das einzige was mich halt nervt ist dass ich jetzt äh fast ein Jahr wachten muss bis ich wieder den Test machen kann oh Gott scheiße das ist einmal im Jahr wo du äh zur Polizeischule gehen kannst ja scheiße jetzt hast du quasi so dir die letzten Monate so voll viel Mühe gemacht und dann Brudine ja dieses bin ich und ich war auch richtig äh also es hat mich auch übelst getroffen weil ich einfach wusste der zweite Bock äh du hattest 1 Minute 10 um den ganzen Parkour zu machen und ich war beim drittletzten hinten ist und ich schlag bei 42 Sekunden ich wusste es einfach wer das nicht passiert hätte ich es geschafft okay das ist halt echt beschissen jetzt so ja ja musst du dann nur die Prüfung dann neu machen oder das ganze Prozedium das heißt ich wieder Psychologtest äh Sporttest äh Eignungstest Qualifikationstest äh Test ja gut immerhin weißt du was jetzt so quasi dann kommt gut das jetzt ist der Druck vielleicht ein bisschen größer aber so immerhin weißt du jetzt was so Dach ist quasi ja danke für die Gaben perfekt für Nato ich war ich war mit vier Freunden da und nur einer von uns hat es geschafft oh Gott weil die anderen nicht bestanden haben oder weil ja gut also die einen 3 die ähm da wusste ich dass die nicht gerade sportlich sehr ähm anspruchsvoll waren da hatte ich Zweifeln und das wurde auch bestätigt der eine wusste ich dass er ähm sportlich aktiv ist der hat es äh dann geschafft aber den einen Kumpel hätte ich am liebsten verprügelt äh der war so gut äh es lief so gut für ihn vom zweitletzten ähm hinter nicht so einfach aufgehört mit Laufen sich hingelegt ich kann nicht mehr sag ich lauf weiter du hast nur noch zwei Teile zu machen nö nö es geht nicht mehr ok das ist halt echt ärgerlich so so weißt du ja dann hat er das eigentlich voll umsonst gemacht zu mir gegeben und dann ja Brüdi ne ich hab keinen Bock mehr ja es ist gut gewählt ich hab das Spiel auch so wie der was also was ist dann so dein äh Ziel dann quasi bei der Polizei willst du dann irgendwie keine ahnung obr- Oberkommissar oder keine ahnung wenn ich alles schaffe bei der polizei würde mich die abteilung kriminalpolizei interessieren du musst dann wahrscheinlich so die das dann quasi erstmal erarbeiten vermutlich oder genau richtig also du fängst in luxemburg als normalen streifen polizist an okay ja gut das ist wahrscheinlich so erstmal alle bereiche abklappern genau und das ist dann abhängig wie gut und wie schnell sich einer an dem fall auch momentan bei uns ist es so dass sehr viele stellen frei werden weil wir einfach wie auch in deutschland das problem ist keiner möchte den job mehr machen funktioniert gut ist nur gegenüber von deutschland hier in luxemburg verdienen sie richtig viel die polizei du bist hier in luxemburg rein nur in der ausbildung die ausbildung dauert zwei jahre da bin ich schon natto natto liegt ich da schon bei 36 netto 36 ja wir sind dann die so die lebensgehaltungskosten bei welchen auch so hoch oder ist es dann so die sind auch die sind hoch also miete zahlst du ja hier in luxemburg rein miete kalt bist du bei 1100 bis 1600 gut kommt dann halt wahrscheinlich auf die größe der wohnung an und so weiter wir sprechen hier von 25 quadratmeter ja gut ist ja gut das hast du dann halt in den großstädten innen stadt dann mäßig so als das ist landpreis innen stadt bist du bei 2000 bis 3074 70 quadratmeter verständlich dass dann ihr netto mehr verdient gut aber es ist also die frage so im vergleich so ob das dann halt so quasi also mit dem lohn kann ich mir definitiv also mit dem lohn den ich jetzt verdienen vergisst das leben in luxemburg kann ich mir nur leisten ja wahrscheinlich wohnst du dann in der wg oder so ja ich lebe in der wg in frankreich aber weil in frankreich die nebenkosten alle viel billiger sind okay du wohnst quasi so okay ja warum nicht also ist halt immer so dieses typische so du musst dich quasi erstmal selbst irgendwie quälen so um dann am ende des tages das ziel zu erreichen so ich finde es aber auch mal nicht mal so falsch die so ein weg durchzugehen weil dann schätzt man es auch mehr das ist halt stärkt aber auch den charakter und so weiter also von dem her ist es halt so lohnt sich dann wahrscheinlich dann auch so du bist dann halt ja steckt halt auch den charakter du siehst die sachen nicht so selbstverständlich also hier in luxemburg ist die trennung zwischen arm und reich sehr sehr stark also du dafür du musst dir vorstellen durch die ganzen reichen also wenn wir hier von reichen sprechen in luxemburg sprechen für leute die im zweistellischen millionen bereich verdienen das ist natürlich so eine ganz andere welt genau und dann wenn du dann die armen schaust laut unserer statistik vom land verdiente ein durchschnittlichen luxemburger 4300 netto gut ist also dieses ding halt so für deutsch ist es halt viel aber das ding ist also ihr habt halt so keine ahnung bei euch sind halt dementsprechend die nebenkosten und was weiß ich halt alles für und dann musst du vorstellen das ist ja wie reich müssen die reichen sein weil die armen der mindestlohn in luxemburg beträgt mit den abrechnungen natto liegt der mittlerweile bei 2000 das ist der mindestlohn und den hat den größten teil von luxemburg also da musst du vorstellen dass sie auf einem durchschnitt komme von 4000 wie viel die anderen verdienen müssen dass sie den durchschnitt zu hoch drücken wenn halt einer quasi so also wenn halt viele halt auch zweistellig pusht halt voll der maßen die statistik ist eigentlich nicht richtig ich will jetzt nicht so sagen gelogen aber es kommt nicht der realität na ja gut ist es halt schon so zum beispiel mein einer meiner engeren freunde der ich habe sehr viele freunde bei der polizei also den wo ich am längsten kennen der hat jetzt eine stelle als kommissar in der hauptzentrale der ist lohnmäßig bei 8300 natto kann man definitiv sehr gut leben definitiv vorhin sagen wollte weil ich hatte halt oder hatten arbeitskollegen der hat auch mal bei der polizei gearbeitet und hat halt auch mal so ein bisschen was erzählt so dass sie halt auch teilweise so was so zuschläge und so weiter betrifft halt so echt wenig bekommen so und da dachte ich mir auch so dafür dass sie dann halt sage ich mal nachts dann teilweise arbeiten und so weiter hätte ich gar keinen bock so dass du dann halt ihnen so ich sag mal in der anfangszeit nur deine 2000 oder sowas dann halt bekommst gut also da kann man hier in luxemburg kriegst du als polizisten eine gefahrensprämie eine gefahrensprämie kriegst du einmal im jahr ausbezahlt das ist immer im märz und die beträgt brutto 14.000 urlaubsgeld so kann man definitiv was anstellen und die meisten schlauen polizisten in luxemburg die benutzen dieses geld nicht das wird alles gehamstert und für die frühpension das ist dann natürlich klar dass du dann wie ist es dann bei euch mit der rente also die gehen dann quasi so frühen pensionen einfach genau richtig also in luxemburg zählt noch das recht mit den 40 jahren 40 jahren muss sie eingezahlt haben maximales alter wo du noch einzahlen kannst ist bis 67 aber grundsätzlich arbeitet keiner in luxemburg 67 gut verständlich ja gut dann ist es halt auch klar dass die dann halt so sagen okay komm ich behalte das geld und mach mir quasi schönes leben mäßig dann also die wo wirklich bis 67 arbeiten müssen sind wirklich die wo im leben nichts auf die reihe bekamen also ich denke einer meiner freunde von früher der wird definitiv bis 67 arbeiten gut es gibt halt aber auch so leute die halt so keine ahnung die lieben den job über alles so also so keine ahnung mal oft das ist so bei unternehmern oder so wenn du halt die man die halten unternehmen vererbt bekommen dann sind sie merken siehst du dann auch so die typen dann teilweise mit 70 noch irgendwie so ein bisschen in der firma rumgeistern gut in dem alter sind sie dann halt so ist halt nur noch dass sie dann halt irgendwie zwei dreimal die woche halt vorbeikommen für irgendwie vier fünf stunden einfach um nach den rechten zu schauen und vielleicht so zu gucken zu machen zu helfen so mäßig dann nur noch so ratschläge mäßig so mentor mäßig dann halt nur noch da zu sein aber sonst so ja das ist wie der vater eines kumpels von mir der hat eine schreinerei und der macht eigentlich auch nicht mehr der hat so viel asche das ist nicht mehr schön und der kommt auch nur manchmal so vorbei um nach dem resten zu schauen ja so das ist dann so in dem sinne sind die dann halt unterwegs und das ist halt so aber das ist halt so wie gesagt das ist halt so echt so eine ich sag mal so eine eigene gruppe an menschen die das dann halt machen weil die halt quasi auch verständlich da weil die dann halt so schweißblut reingesteckt haben und dann größtenteils erfolgreich waren so und ja hey danke theater of freak für dein rate von fünf leuten was muss ich überhaupt hier in der basis mache waren lager verwaltung in der jagdhütte nach informationen zu hartings aktivität und ein anderer kumpel der ist herz bei der spezielle einheit bei der polizei für alles was brandfälle sind die nicht nach ordnung sind das heißt die fälle wo ein zweifel ist ob das eine kriminelle aktivität gewesen war oder ein normaler brand ach so brand ich hab braun verstanden ja gut warum nicht also ich glaube so polizist wäre gar nichts für mich so ich könnte es mir halt eben nicht vorstellen also wenn ich jetzt halt so dran denke so zumindest die anfangszeit hätte ich wahrscheinlich gar keinen bock so überall hinzufahren und dann teilweise irgendwelche familien sachen oder beziehungssachen mitzubekommen weil du dann halt theoretisch dann eigentlich so musst du dann die leute beruhigen muss psychologe sein keine ahnung ich glaube ich werde auch die falsche typ weil ich dann ja also ich sag mal so das hast du in dem beruf wo ich jetzt momentan bin habe ich das gleich als ich habe immer mit menschen zu tun das gefunden sieht wie eine namensliste aus die namen und ihre stationen so was wie ein dienstplan nehme ich an du bist echt clever klaus die liste und tritt den leuten was oh warte eine sekunde du willst was folge ist interessiert daran sehr interessiert zeigst du sie ihm wenn du im hauptquartier bist ok das habe ich auch ich habe sowas von satt von meinem beruf momentan gerade ist ja weg geflogen ja gut warum nicht ich meine am ende des textes interessiert sich ja wahrscheinlich auch so privat irgendwie so dass du dann halt gesagt hast ja du machst den job ich finde den job sehr interessant ich fand kriminalpolizei immer sehr interessant nur ich konnte es nicht mehr machen weil damals war halt eine sperre du konntest erstens du musst es ein sehr hohen grad in der schule haben zweitens du hattest ein mindest alter foto noch polizist werden konntest den gibt es nicht mehr und die haben jetzt es halt für zwei stufen gemacht also eine stufe drunter wo jetzt auch mein schulgrad mit drunter fällt wo ich dann darf polizist werden und ich habe eine möglichkeit mein mein schulniveau um ein grad zu erhöhen aber dafür müsste ich dann nur ein studium hier in frankreich nachholen dann wird das in der kategorie von einem bachelor angesehen ok ja gut aber das kannst du theoretisch immer machen so also ich weiß also dass du theoretisch also primitiv sagen kannst du schließt eine ausbildung ab du hast hauptschule gemacht was irgendwie eine handwerkslehre also so keine ahnung machst dann maler und theoretisch dann irgendwie oft ist es ja so dass du dann nach ein paar jahren berufserfahrung dann sagen kannst du ja komm ich gehe jetzt studieren oder so weil du dann halt quasi die ausbildung gemacht hast dann irgendwie diese zwei drei jahre oder so oft dann noch gearbeitet hast sondern theoretische zeit so ich weiß was du sagst also das zählt zum beispiel so bei uns ist es du musst ein dreizehntes schuljahr haben mit einem abschluss dann hast du ein abschluss vom dass du 13 jahre realschule gemacht hast ja genau ja gut ist halt so bei uns das gymnasium halt so genannt ja was machst du quasi so und in der regel macht machen die meisten die noch mal ausbildung machen zu einem handwerksberuf neun jahre normale schule gymnasium zum beispiel gleichgestellt und danach gehen die drei jahre in die lehre das bedeutet die habe nur ein abschluss bis 11 klasse und für dann höher gestuft zu sein müsstest du eine dreizehnte klasse gemacht haben quatsch elfte klasse also zwölfte klasse abschlüssen dann gibt es die wo im grad etwas höher sind die machen eine dreizehnte klasse und die haben dann zum beispiel den abschluss um später in der hochschule ein bachelor zu machen und dann hast du wiederum die stufe drüber die haben bis zu fünfzehnten klasse und 15 jahre gymnasium und dürfen dann auf masterniveau gehen klingt nicht schlecht natürlich hat man immer die möglichkeit natürlich der wo die 15 jahre gemacht hat hat die bessere chancen später auch ein master zu bekommen weil der muss natürlich den normalen fertig machen mache von dem bachelor und dann ein master hat aber weniger jahre im bachelor und dann weniger jahre fürs master und der wohl den 13 jahre schule hat der muss den vollen durchgang vom bachelor machen und wenn er dann noch mal ein master haben möchte muss er auch den vollen durchgang machen aber macht es nicht mehr sinn sage ich mal so ein bachelor zu machen und dann den master ja also sowieso egal wie musst du den bachelors wer es machen bevor du das messer gut das einzige was du kannst noch machen ist mit dem 13 kannst du auch ein bwl studio machen das geht auch das ist kühlungssysteme sind empfindlich die falschen ventile zu öffnen könnte es ziemlich hoch hergehen lassen da lab im flieb das ist eine viel remedienung die flieb das ist eine vielmeid gelastet und dann Okay. Ach ja, und wenn du Polizist machst über das Militär, dann hast du sogar auch noch eine ganz andere ausbezahlt. Ja gut, aber da gibt es ja nochmal die Militärpolizei in der Regel. Also das ist ja quasi nochmal so, dann sind sie vermutlich noch mehr. Ja. Und da ist auch nochmal eine Zusatzprämie für das mit der Gefahrenprämie. Also wenn ich mich nicht irre, liegt die bei, je liege ich bei 21.000. Kann man definitiv auch guten Mötel was anfangen. Das andere ist auch, was auch sehr lohnenswert ist, was viele nicht auf dem Radar haben hier in Luxemburg, ist es einmal zu schaffen, in die Politik hier in Luxemburg reinzukommen. Weil... Als würde man da voll Fat Cash machen. Nicht nur das, du musst nur einmal gewählt werden und verdienst lebenslänglich daran. Lebenslänglich? Ja. Also theoretisch, also... Unsere Konstitution ist sehr komisch aufgebaut, punkto in der Politik. Also du könntest einen Politiker hassen und ihn von seinen Posten verjagen, aber der kassiert trotzdem sein ganzes Geld noch weiter. Also theoretisch könnt ihr da dann jetzt nach den vier Jahren oder wie lange das halt bei euch ist halt quasi sagen, so blutig, ich hab keinen Bock mehr so mäßig und kassiert trotzdem das Geld oder wie? Also ich denke, es ist, ähm, in der Regelung ist es trotzdem so, dass er nicht selbst aufgeben muss. Entweder, dass er gezwungen wird, aufzuhören, äh, durch eine, äh, Tripatit, äh, Tripatit, äh, durch eine, äh, wie nennen sie es nochmal? Rettfahrer? Ja, wenn eine Auflösung, äh, von Stolte geht. Ähm, oder, äh, dass er abgewählt wird, dann, äh, darf er weiter es behalten, das ist so ähnlich das Prinzip wie in Amerika, äh, wenn du einmal da, äh, Präsident warst, kriegst du lebenslängig ja, äh, deine Auszahlung. Ah, okay. Und je höher du, äh, positioniert bist, ob das jetzt, äh, nochmal ein Bürgermeister ist, Abgeordneter oder Minister bis hin zum, äh, Staatsminister oder Premierminister, dann, äh, dementsprechend du bist gesichert. Ja, verständlich. Also, ich will gar nicht wissen, was eigentlich unser alter Premierminister, Jean-Claude Juncker, eigentlich viel Geld verdient, weil der kriegt dann noch weiterhin das Geld, weil er Premierminister über so viele Jahre in Luxemburg war. Und er ist ja, äh, Präsident von der Europäischen Union. Zwar jetzt nicht mehr, aber vorher, aber die werden da auch nochmal eine Prämie abreißen. Und der Premierminister in Luxemburg verdient 40.000, das steht so in der Verfassung auch. Sehr gut dafür hat er halt. Muss er dementsprechend was wahrscheinlich dann auch leisten. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, den Posten würde ich nie gerne machen, also, du kriegst es einfach von allen Seiten ab. Ja, das ist halt das Ding, du stehst halt in der Öffentlichkeit. Vor allem, du hast dann wahrscheinlich irgendwelche Tage, wo dann halt irgendwelche Diskussionen über, keine Ahnung, Gesetze oder sonstige Sachen. Oder irgendwelche Probleme, sag ich mal, so wirtschaftlich oder sonst politisch. Wo du dann halt quasi auch immer jedes Mal zur Rechenschaft gezogen wirst, mäßig. Und dann ist es halt so, ja, wo du quasi, ja, kannst dich halt nicht zurückziehen, mäßig so. Gut, also, was ich gut finde, hier in Luxemburg kannst du die Positionen besser verstehen. Also, dass du ein Schäuble da irgendwann auf der Straße rumlaufen siehst, ist eher unwahrscheinlich. Aber hier in Luxemburg, weil das Land klein ist, hast du die Chance auch die Leute entweder persönlich zu kennen oder halt sie einmal so auf der Straße zu sehen. Ja gut, ihr seid ja ein relativ kleines Land, deswegen... Genau, und dafür, ich verstehe auch die Positionen, weil ich kenne halt die zwei Minister von Luxemburg persönlich. Einer davon ist, der ist jetzt in Rente, der war unser Nachbar auch. Und der andere halt über seinen Sohn. Ja gut, das macht halt die Leute so ein bisschen greifbarer. Also, das ist, glaube ich, so dieses... So, dass dieses Verhältnis ist dann dadurch ein ganz anderes. So, das ist dann halt natürlich cool, wenn du dann quasi theoretisch mal irgendwie eine Stunde mit dem über, keine Ahnung, Thema XY reden kannst. Also, sofern halt das halt möglich ist halt so. Aber das ist halt dann schon natürlich geil, so wenn du dann theoretisch mit dem dann halt mal in vier Augen oder so ein mäßig Gruppengespräch führen kannst. Richtig, wo ich noch Taschniker war, ähm, im Multimedia-Bereich, da hatte ich mal das Glück, äh, mit, äh, unserem Premierminister, äh, in seinem Haus eine Installation zu machen. Und, ähm, der Typ ist auch übelst nett und, ähm, er war jetzt, ähm, vor den Feiertagen, war er mal im Geschäft vorbei, weil mittlerweile ist er kein Premierminister, er ist jetzt der Finanzminister, genau. Und, ähm, da habe ich mal mit ihm gesprochen und sagte, ähm, du sag mal, wie, wie fühlst du dich eigentlich jetzt nicht mehr, den Posten zu haben? Und er sagt so, ja, also ehrlich zu sein, bin ich froh, ihn nicht mehr zu führen. Ich habe ihn nicht freiwillig aufgegeben, aber, äh, ich bin aber, äh, sage jetzt auch nicht nein, dass ich ihn nicht mehr habe. Und die Leute erkennen dich halt auch wieder, wenn du mit denen öfters, äh, zu tun hattest, und, äh, ich habe ihn damals kennen gelernt, da war er noch Bürgermeister von, äh, unserer Hauptstadt, und danach, äh, ist er zum Premierminister geworden. Du kriegst dann schon geil, so, wenn du den, so, so, diesen Lebenslauf, sag ich mal, mitverfolgen kannst, so direkt so hautnahmäßig halt, sodass du da dabei bist quasi, mehr oder weniger. Es ist halt eben, die Chance ist sehr groß, dass, äh, wenn einer neu in der Politik ist, dass du ihn auch persönlich kennst. Momentan, wenn ich sehe, im Gemeinderat, äh, im Dorf neben, äh, meiner, äh, meiner Heimat, äh, der Typ, äh, ich bin mit seinem Bruder zur Schule gegangen, und, äh, er, wo jetzt im, äh, Gemeinderat ist, äh, der ist mit meiner kleinen Schwester, äh, in der Schule gewesen. Ja, läuft. Weißt du, da, äh, jeder kennt sich eigentlich, also, ich, Luxemburg ist so klein, also, es ist, äh, auch, glaub ich, sowas in die Richtung gesagt, das ist wie ein Dorf. Für mich ist es wie ein Dorf, also, ich find's dir ja lustig, dass meine Stadt zu den Städten gehört von Luxemburg, weil sie über 25.000 Einwohner hat. Ja. Bei 25.000 spricht man in Deutschland von einem Dorf. Ja, gut, es ist halt so eine Kleinstadt, so, aber es ist halt so, so, ich sag mal so, es kommt halt drauf an, von wo du kommst, so. Für mich als Münchner ist es halt so, also gut ist es jetzt halt natürlich, jetzt, wenn man es streng nimmt, halt keine Kleinstadt, so, aber es ist halt so, für mich halt trotzdem irgendwo so dörflich Dorf halt einfach, so. Und von uns halt so, ja, ist halt so im Vergleich zu München halt auch nochmal ein bisschen was anderes, so, also, wenn man es gewohnt ist, quasi in die U-Bahn zu steigen, und die ist dann halt so zu den Stoßzeiten halt rappelvoll, so mäßig, so, so gut, ich will jetzt nicht wissen, wie es dann in Tokio oder so in Indien oder so ist oder so in China, wo die dann irgendwie, Teil, also zumindest in Tokio, sofern ich es halt richtig mitbekommen habe, dass die da teilweise halt so, so extra, so Leute haben, die da so reinquetschen, so, da hätte ich halt auch keinen Bock drauf, so. Ja, gut, da musst du mal nicht so weit gehen, geh mal in die Stoßzeiten von Paris, also, da werden die Leute auch im Metro reingedrückt, wie das, wie die Sardinen. Ja, gut, ja, gut, Paris war ich noch nicht, aber warum? Ja, gut, da hätte ich wahrscheinlich auch keinen Bock zu den Stoßzeiten. Paris ist richtig schlimm, also, ich war mehrere Mal, sowohl als Tourist als auch beruflich, da, es ist keine schöne Stadt, also, ich war ja letztes Jahr zuletzt in Paris, und da war mir direkt nach dem ersten Tag so, okay, ich weiß, wieso ich diese Stadt nicht mag. Sind es die Leute, oder? Es ist die Stadt selbst, ähm, Also, eine Mischung aus Gebäude und den Menschen, oder wie? Nicht wirklich, also, die Stadt ist einfach nur dreckig. Paris wird nach außen immer als schön, romantisch und so, die Gegend gibt es auch, aber wenn du Paris im Gesamten betrachtest und auch allen Ecken mal was, und nicht nur im reichen Viertel, dann weißt du, wie schlimm die Stadt ist, weil der reiche Teil ist nur begrenzt klein gegenüber von dem Rest von Paris. Ja, gut, ja, gut, das ist halt natürlich, so jede Stadt hat so seine schöne Ecken und östlichen Seiten. Genau, also, in Paris nennt man ja, die, unter Anhaltsstrichen, Slums, äh, Boncours, das ist übersetzt schöne Orte, aber das ist mehr in einem sarkastischen Ausdruck. Ja, gut, das sind wirklich Ecken, da fahren auch keine Busse mehr rein. Boah. Ja, weil einfach diese Leute, die da leben, das sind teilweise, das hört sich natürlich wieder böse an, wenn man das so sagt, aber das sind wieder nur Ausländer da drin, das sind nur Araber, Marokkaner, aber von der übelster Suchte. Ja, gut, also, ja gut, das ist halt, wenn es die übelste Sorte ist, das ist halt ein bisschen schwierig, so. Weil es ist halt so, wäre es halt so eine gesunde Mischung halt, so, dann hätte man gesagt, ja, die kommen drauf geschissen, also, was heißt drauf geschissen, aber so. Ja, ja, keine Ahnung. Also, ähm, allgemein finde ich schlimm, aber da war, der französische Staat war selbst schuld daran, weil die haben diese Leute dann einfach machen lassen. Äh, anstelle von Anfang an da, äh, zu regeln und zu schlichten, nee, dann haben die machen lassen und da ist dann das Netz so groß geworden, und dann, dass die da nicht mehr durchkommen mit der, mit Polizei machen. Ja, haben sich dann halt so Strukturen festgefahren, so, die schwer zu, auseinanderzureißen sind. Richtig. Ich komm gleich wieder, ich muss nur kurz aufs stille Örtchen. Ja, ich geh mal einer rauchen. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja, 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 bis gleich. Cleo each. Ja, bis gleich. Vielen Dank. 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 Hey. Okay. Okay. Ich bin ja auch... Adoptiert? Adoptiert? Ja, meine Mutter... Krass. Okay. 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 ... 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 das heißt eventuell doch was gut ich war jetzt auch nur zweimal berliner aber ich habe jetzt da nie so so krassen bezug sag ich mal zu also aber würde mich jemand noch mal fragen so ein studiengang von acht monaten zu machen ich würde es noch mal machen weil es hat echt spaß gemacht bis auf die kilometer fahren aber sonst hat wirklich der ganze studiengang war richtig spaßig so viele menschen kennengelernt in der zeit ich glaube so generell zu studieren zu gehen ist so es war halt sehr speziell weil der studiengang war so der war in ich musste innerhalb von den acht monaten verschiedene spezialgebiete lernen da es aber nicht möglich war diese leute zu sammeln mussten die schüler zu denen gehen und dafür musste ich quer durch ganz deutschland reisen okay das ist dann natürlich schon geil und mein abschluss habe ich dann in der frankfurter architektur manufaktur gemacht okay das ist dann schon geil also oberhausen war ich richtig froh weil ich wusste dass in oberhausen das größte einkaufszentrum gibt in ganz deutschland mhm und es gehört ja zu den größten von europa das ding ist enorm ich habe noch nie in meinem leben so ein großes einkaufszentrum gesehen geht das dann schon kurz was mir hat nicht gefallen hat die architekten haben einfach ein modul gebaut von diesem einkaufszentrum und haben es nochmal dreimal hintereinander gebaut bruh das heißt du verläufst dich da du glaubst du wärst da wo du warst aber ne das ist eine andere stelle bruh also ich verlieb mich da weil ich kann man merken ich dachte ich wäre schon hier gewesen aber ne dann siehst du an den schildern ne das sind ganz andere geschäfte wie vorhin aber sieht gleich aus und was halt geil ist hinter diesem einkaufszentrum hast du die partymeile okay ist dann schon entspannt und alle späßen wurden ja von der firma gedeckt einmal schon feiern gehen partyhart und da war auch so die ersten späßenrechnungen so rief mein chef mich an so wir müssen einmal über deinen späßenrechnungen sprechen es gibt da ein problem und ich dachte okay jetzt kommts ich hatte nämlich in der bar einmal korona eimer für jede das waren über 40 flaschen korona oh 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 und dann guckt er so die rechnung mit mir bisschen viel was du ausgegeben hast sag ich gut willst du meine richtigen rechnungen sehen ich geb gerne auch am wochenende mehr aus ne das ist nicht das problem die summe ist ja egal aber was mich stört ist was mich halt stört hier auf der rechnung und dann kommt es dieser 4 euro murito den kann ich nicht durchgehen lassen ich einfach meinem chef riet ins gesicht gelacht ist das jetzt dein ernst du meinst jetzt wirklich das problem liegt auf diesem 4 euro murito murito der ja und dass ich über 70 euro an bier getrunken hast ist nicht das problem bier ist bier das ist nicht das problem es geht um harten alkohol hier ja und ich sag okay chef kein problem ich hier 4 euro es ist gut ich zahl das ich hab einfach 40 flaschen corona da äh um die ohren scheißegal die firma hat genommen nö den murito den muss ich zurückzahlen gut mein chef hat äh würde mich nie wieder auf so ne schulung rausschicken weil die späßenrechnungen waren schon heftig ich hab's echt übertrieben einmal ausgenutzt und nie wieder wir waren beim argentinier essen bei dem richtigen argentinier richtiges argentinisches steak da hast du es hier schmecken lassen oder für eine woche hatte ich da eine späßen abrechnung von 700 euro ich bin auf die koste der firma essen gegangen ja kann man mal machen gut die sind äh die wollen schon nie was zahlen also hab ich mir mein recht genommen du warst halt kreativ und teuer aber gut ich hab die regeln befolgt ich hab nie wieder harten alkohol bestellt aber so viel bier gedrückt wie es nur ging ja natürlich kann man muss man machen warst du einmal den sindelfinger ne äh sindelfinger ist richtig geil weil da gibt es das äh natur und technik museum aha das ist in deutschland sehr bekannt weil es auch eine äh äh doku darüber gibt weil die äh stellen da in diesem museum ganze fahrzeuge aus nicht nur normale autos sondern auch panzer flugzeuge ok das klingt geil und äh da gibt es äh die reportage wie die damals über den ich glaube über den rhein äh die äh die die concorde äh über den fluss rüber genommen haben ah ok weil da sind ganze flugzeuge auf dem dach montiert du kannst auch in die flugzeuge reingehen ja läuft kann man machen da ist auch ähm der originale g63 vom führer drin äh richtig sehr viel historik drin äh richtiger ähm einen richtigen tigerpanzer auch ähm alte englische panzer wie schermenpanzern und so mhm es ist wirklich ein tolles erlebnis es ist richtig viel ähm weil ich war nur eine kurze zeit in sindelfingern und ähm ich hatte damals ähm eigentlich hätte ich müssten übers wochenende nach hause fahren und ich hatte da meinen chef extra gefragt hör mal wenn es sein muss zahle ich auch aber könnte ich übers wochenende noch hier bleiben weil ich würde ganz gerne dieses museum sehen und da hat er einfach gesagt okay dann zahle ich dir noch die zwei nächte ja warum nicht weil der korrekte chef ja fand ich richtig geil weil äh er sagt er ähm er kennt das museum auch und er sagt es ist ein richtiges erlebnis dieses museum zu sehen mhm und sinds heimt äh äh das ist ähm ähm die stadt wo ein mercedes ihr sitz hat okay glaub mir ich hab noch nie so viele S63 modelle rumfahren sehen das ist schon geil das ich hab alleine in diese äh ich war da eine woche das war die ähm das war die ähm die software schulung die ich da hatte mhm mehr als 100 G63 modelle gesehen jede straße heißt mercedes da lol echt ja weil mercedes werk das ist das äh du kannst einfach sagen es ist nicht die stadt sinzheim es ist einfach die stadt mercedes weil das werk nimmt fast die die das ganze stadt ein du gehst schon krass äh und äh du hast ähm mehrere toren für rein zu fahren in äh ins werk und dann heißt jede straße da mercedes straße tor 1 mercedes straße tor 2 und das geht dann bis äh ich glaube bis 80 ja läuft bei mercedes und du siehst nur mercedes rumfahren ich glaube die einwohner bekommen da ein mengen rabatt wenn die mercedes fahren da ja gut aber die bekommen ja wirklich so ein rabatt aber ich weiß jetzt muss halt schon ein bisschen cash machen um eine s klasse zu verdienen aber ich denke da ist definitiv so ein abkommen weil wo ich in volksburg war war genau das gleiche mit vw und ich weiß auch nicht mehr wo ähm weil deutschland hat auch noch ein werk von fort glaube ich irgendwo weil das hatte ich auch gesehen boah das weiß ich jetzt nicht also ich kann mir vorstellen dass es also irgendwas für den europäischen markt was gibt ich finde es ja so lustig dass ja ähm bei mercedes die billigste serie im ausland produziert wird die art serie wird ja in amerika produziert echt in amerika ja also südamerika oder ähm ich weiß nur dass es ähm amerika ist ich weiß nicht ob es süd oder nordamerika ist ich kann mir da nur südamerika vorstellen weil nordamerika wäre glaube ich ein bisschen teuer weil ähm dann hast du einfach mal so ein import wagen aber es ist einfach die billigste klasse ja wild wo ich noch in der ausbildung war war ich sogar im schwarzwald weil da gibt es zwei berühmte produktionsstätte und zwar die firma uhu und die firma schneider gibt es da schneider schneider ist die marke die die äh kugelschreiber machen ähm okay ich bin jetzt nicht so kannst du vielleicht diese google schreiber die transparent sind wo man die mine sieht und dann haben sie diesen markanten blauen stoff ja okay ah das kommt äh das ist die firma schneider ah ok aber schneider ist noch für was anderes bekannt wo jeder direkt kennt und zwar für adding ok ok ja adding kennt so gefühlt jeder die werte nehme ich auch da produziert boah ich weiß noch dass ich in der hauptschule damals so einen fetten adding hatte so so richtig also was heißt richtig fett aber schon schon so überdurchschnittlich halt so und weil ich damals noch minderjährig war durftest du nicht mit saufen gehen ähm ne hatte ich einen betreuer der mit mir ging ah ok und der hatte der typ der wahl war zu geil der war ein übelst er war so kindisch der typ und der hatte ähm ein IQ das war nicht mehr zum zum lachen also so dumm oder so intelligent so dumm ah ok der war so äh der war froh mal jemand zu haben wo er äh sachen zeigen konnte weil er war er liebte es den leuten sachen erklären er konnte auch sehr gut alles erklären der wusste auch alles aber der hat dummheiten gemacht wo ich mit geglaubt habe spinnst du was läuft jetzt schief ich muss dir vorstellen wir wir bekamen das privileg oben im büro äh vom vorstand zu sitzen weil die äh uns alles gezeigt hatten und äh äh da wollten sie auch mit uns ein paar Produkte vorweisen vorführen und da kamen wir zum Thema Sekundenkleber oh Gott jetzt kommt irgendeine Scheiße die wahrscheinlich von einem Typen oder der hat den Sekundenkleber mit den Zähnen geöffnet oh Gott und die Typen ist ihm im Mund geplatzt oh Gott weißt du der Typ der äh der die Tour mit uns gemacht hat wir bekamen so eine Kiste mit äh so 10 verschiedenen Klebern und er wollte uns alles zeigen natürlich natürlich der andere Typ äh mein Betreuer der ähm ihm nicht zugehört er so ja wie kriege ich den scheiß Sekundenkleber auf der Typ war noch nicht äh an dem Punkt angekommen mit dem Sekundenkleber ja was er auf gar keinen Fall machen sollte ist den Typen mit den Zähnen öffnen oh Gott da war es schon zu später ja ja und du musstest den Blick da sehen von dem anderen Betreuer sie haben doch nicht ernsthaft das jetzt mit den Zähnen versucht zu öffnen ich habe ein Problem ich kriege die Zähne nicht mehr aus und ich stand da das ist nicht sein Ernst du kannst doch das keinem erzählen ich habe da einen Typ von 40 Jahre der eigentlich mhm erwachsener sein sollte wie ich und er macht so nen Scheiß oh Gott ja gut ja er ging aber nicht ins Krankenhaus weil äh der wurde sofort ähm mit ins Chemie äh Abteilung genommen für mit Lösungsmitteln und der Rest zu arbeiten oh Gott ich oah gar keinen Bock ich habe es einfach nur gefeiert ja ich habe ähm in den 17 Jahren wo ich jetzt arbeite sehr viele Firmen gesehen ne also es ist Bro wie alt ist und wenn du sagst ja seit 17 Jahren arbeite ich Äh, ich kriege ja meine 33. Ah. Das war jetzt auch, glaube ich, eine blöde Frage. Wie alt bist du denn? Ähm, 28. Okay. Ich bin doch im Kopf irgendwie so mit Anfang 20 irgendwie so hängen geblieben. Keine Ahnung, warum. Aber wir sind ja relativ ähnlich alt, so, ne? Ja. Also, ich habe für vier verschiedene Firmen gearbeitet und das in den verschiedensten Bereichen und dementsprechend habe ich auch sehr viele verschiedene, ähm, andere Firmen über Schulungen kennengelernt. Also ich, ich bin ja grundsätzlich ausgebildeter Multimedia-Verkäufer. Mhm. Das war mein Haupt, ähm, mein Haupttraumberuf. Den konnte ich vier Jahre lang leben, bin auch glücklich drüber und würde ich auch immer wieder nochmal machen. Leider Gottes für die Firma, die ich gearbeitet habe, ging da ein Konkurs und so musste ich einen neuen Job suchen. Aber, ähm, auch da habe ich auch so viele Firmen kennengelernt. Ich habe, ähm, da bekam ich auch meinen ersten Sponsorkontakt. Ist ja nice. Und zwar Samsung bekam ich damals da. Ist ja cool. Also so in dem Sinne mit, in Verbindung mit Twitch-Streamen und so, oder wie, oder Zwecksberuf? Nein, ähm, also, um mal es einfach zu erklären, ich habe, ähm, ich bin beruflich gesehen, bin ich, äh, ausgebildeter Elektriker, ausgebildeter Einzelhandelsverkäufer und ausgebildeter Innenanrichter für Architektur. Und habe neben diesen Jobs noch gearbeitet als Eventmanager, ähm, Freelancer-Reporter und, äh, für internationale Presse gearbeitet. Was hast du nicht gemacht, bitte? Ähm, und ich war, äh, drei Jahre Spieletester. Ist ja richtig nice. Wie kam ich an diesen anderen Nebenjobs? Äh, das war, ich habe mich schon jahrelang, äh, immer mich mit Gaming befasst. Und, äh, Gaming war für mich nicht einfach nur zocken, sondern ich habe es richtig gelebt. Ich wollte immer alles wissen über Gaming. Ich habe mich immer informiert über alles. Ich wollte wissen, wie Konsolen funktionieren. und das alles hat mich dann danach dazu gebracht, äh, mit Kumpels immer solche LAN-Partys zu führen. Und dann kamen wir irgendwann so auf die Idee, wie wäre es, wenn wir einfach mal das öffentlich machen als Event, wo auch fremde Leute vorbei können, kommen und einfach mit uns zocken. Und da kam die ganze Geschichte mit dem Eventmanagement. Wofür dann? Ich bin zwischengegangen. Und wir haben nicht klein angefangen. Wir haben dann, äh, eine VUG gegründet, Verein ohne Gewinnerbringung. Mhm. Und weil wir dann quasi als eine Firma agiert haben, bekamen wir ganz andere Möglichkeiten. Und unser erster, äh, unsere erste Location war ein Kinosaal. Das ist sehr geil. Das war so geil. Wir haben einfach mal auf dem Kino-Landwand Smash Brothers gespielt. Okay, das ist halt schon geil. Das war so geil. Das war ein, das war unser, um, Durchspruch, direkt, äh, erstes Event, direkt der Durchspruch. Jeder kannte uns, jeder wollte auf unsere Events vorbeikommen. Mhm. Und da regnete es nur an Sponsoring. Wir hatten Red Bull als Sponsor, wir hatten, ähm, nicht nur, äh, weil der Kino damit auch mehr Bekanntschaft wieder bekam, es war ein kleines Kino, mhm, noch unter Privatführung, und er, äh, die Leute kamen auch dann mehr, wir bekamen dann Kinostickets von, äh, dem Kino, um zu verschenken. Ähm, wir bekamen dann die ersten Softwarefirmen, die für uns, äh, Sponsoring betrieben haben, wie, äh, Konami, äh, dann hatten wir, äh, die, wie heißen sie nochmal, äh, Microsoft von Halo, da hatten wir, wir hatten hier in Luxemburg einen Sitz von Microsoft, da hatten wir ein Turnier veranstaltet, ein Halo-Turnier, äh, im, ähm, im, äh, Hauptsitz von Microsoft Luxemburg. Ist ja geil. Dann hatten wir mit, äh, Saturn, wo jetzt MediaMarkt heißt, ähm, hatten wir jetzt dreimalende Kooperationen, wo wir, äh, ein Dragonball-Turnier gemacht haben, äh, für FighterZ, äh, ein Call of Duty für World War II und, äh, für FIFA 2017, hatten wir ein Turnier organisiert. Das ist schon geil. Ja, und da, mit den Jahren lernt man dann, äh, Eventmanagement zu betreiben, äh, Evente zu planen und so, und da kam dann auch auf, äh, später den Kontakt mit der luxemburgischen Presse, die dann auf uns aufmerksam wurden und haben uns dann angesprochen, hört mal, wir wollen ein neues Thema in unseren, äh, äh, in unserer Zeitung setzen und zwar Gaming wird immer mehr ein größeres Thema und wir in der Redaktion haben nicht diese Erfahrung. Ihr Jungs seid seit Jahren sehr bekannt für Gaming-Events und dafür gehen wir davon aus, dass ihr auch Ahnung von dem Ganzen habt. Hättet ihr Lust, dies, äh, zu übernehmen für uns? Die Redaktion wird natürlich die Texte nach, äh, redaktorischen, ähm, Umschreiben, äh, anpassen, aber wir wollen, dass ihr dies ganz, äh, dann führt. Okay, das ist schon geil. Und so kam dann zuerst die lokale Presse, dass wir es lokal betrieben haben und danach wurden wir dann von, äh, der luxemburgischen Presse, ähm, zusammengesetzt mit den, äh, anderen Pressen in Luxemburg, was ziemlich einfach ist, weil wir nicht so viele Presse in Luxemburg haben. Und so gehörten wir zu der internationalen Presse und, äh, so hatten wir die Erlaubnis, im Ausland als, äh, Pressemitglieder zu agieren. Und so hatten wir Pressepässe für auf Gamescoms und auf andere Coms. Okay, das ist schon geil. Und das war eine richtig geile Zeit. Also ich hab so viele, äh, bekannte Promis kennengelernt, äh, als, äh, als Reporter. Das war heftig. Und da bekam ich auch, äh, als ich, äh, in der Presse war, für den Gaming-Content und Gamer-Tester, ähm, hatte der, der Chefredakteur ging einmal mit uns essen. Und da hat er gemerkt, dass ich, ähm, sehr viel Knowledge habe über, äh, Restaurants und, äh, Essen an sich. Das lag daran, weil ich wollte eigentlich früher Koch werden. Ich hatte es auch fast gemacht, nur, ich habe ein Problem, äh, Kröstentiere, äh, zu töten. Ah, okay, ja, gut. Das ist halt schwierig dann. Ja, und dafür habe ich es dann nicht gemacht, aber trotzdem bleibt Essen eine Leidenschaft für mich und dafür habe ich, ich schreibe ja selbst Rezessionen über Restaurants sehr gerne. Und da hat er mich gefragt, hättest du Lust und Zeit noch für, als Restaurant-Tester für uns zu arbeiten? Und so wurde ich auch noch Restaurant-Tester neben, äh, den Gaming-Sachen. Wild. Also du hast echt schon so einen wilden Lebenslauf. Ja, mein Lebenslauf ist schon ziemlich heftig. Also die Leute gucken immer so und denken, was? Und, ähm, hast du, äh, früher, ähm, Gaming-Magazine gelesen? Nicht wirklich, nee, eigentlich gar nicht. Amgames oder, äh, Gamepower? Nee, sagt mir beides nichts. Ich war, keine Ahnung, ich war halt nie so der, irgendwie so, ich weiß noch, dass ich als Kind so irgendwie zwischen sechs und zehn so mal so Autohefte immer so gekauft hab. Aber das war dann halt auch nur wegen den Fotos primär. und so Modellautos gesammelt hab, so als Kindheit, so, keine Ahnung, bis ich zehn, elf, zwölf war, so. Also, was heißt gesammelt? Das war, ich hatte halt so ab und zu mal welche gekauft, aber ansonsten so richtig gesammelt jetzt nicht. Also, ich war, ähm, in meiner Jugend, ähm, in der Kindheit, Jugend, ganz, äh, großer Fan vom Magazin, äh, Maniac. Die wurden danach umbenannt auf, äh, M-Games. Ähm, erstes Mal, die Magazine waren für damalige Verhältnisse teuer für mein Taschengeld, weil die, die Zeitschrift kam einmal im Monat raus, hatte aber sieben Euro gekostet. Ja, gut, als Kind oder ich sag mal, also Anfang Jugendzeit ist halt schon so, da hast du halt jetzt, sag ich mal, nicht das große Taschengeld. Ja. Äh, und trotzdem hab ich mir die jeden Monat gegönnt, weil ich war halt, äh, sehr großer Fan von, äh, verschiedenen Redakteuren über ihre Berichte und ich fand das so spannend, so geil und, äh, danach fand ich es so geil, dass ich das leben konnte, auch selbst Redaktion betreiben konnte. Äh, und da wurde ich ja, ähm, auf die Gamescom eingeladen als Pressemitglied von Luxemburg, ähm, und da hab ich all diese Leute kennengelernt, das war für mich ein absoluter Traum, ich lese denen ihre Berichte, seit ich 13 bin, äh, und auf einmal stehen die Typen da vor mir. äh, 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 das ist halt schon so Fanboy dann so mäßig dann, ja, definitiv, ähm, genauso, ähm, äh, Michel Baller kennenzulernen war auch große Ehre. Letztes Jahr zu Weihnachten gesehen, also, der, da war ich gerade mit dem quasi, ähm, mit meinem Bruder in der Stadt unterwegs und noch so ein paar Sachen für Weihnachten kaufen, irgendwie für ihn, also, der wollte dann noch irgendein paar Sachen kaufen, und, dann haben wir den quasi, ist der an uns vorbeigelaufen. Der Typ ist ein, ich hab nicht gerechnet, dass der Typ so groß ist, also, er ist jetzt nicht so übertrieben krass groß, aber ich hab den irgendwie einen Ticken kleiner eingeschätzt. Also, weil der war ja irgendwie so, keine Ahnung, ist ja, glaub ich, fast 1,90 oder so, oder 1,90 bis größer so. Keine Ahnung, ich dachte, der wär halt einen Ticken kleiner, irgendwie so 1,85 oder so, oder so 1,84 sowas um den Dreh. Und, äh, weil, was geil ist, du hast die, äh, Pressekonferenz, und dann, natürlich will, wollen die Betreiber ja sich von der besten Seite, du bist als Pressemitglied einfach König, du bist der King, weil du einfach, dein Wort wird danach gesetzt sein, wie gut du zu denen stehst. Die geben alles, damit es dir gut geht. Die wollen halt auch erstens, dass dein Laden läuft und wenn da halt so ein schlechtes Image ist, dann ist halt so. Richtig. Ich, äh, ich bekam dann, so ein, äh, äh, NFC-Karte und die sagten mir, äh, bitte behalten Sie die, die ist auf euren Namen registriert, nur damit kommen Sie später zu der EA-Party. Sag ich, okay. Was für eine Party? ja, wir machen immer, äh, beim ersten Pressetag, äh, abends noch, äh, so ein kleines Parkett, äh, wo die Leute sich amüsieren können und, äh, auch Kontakte pflegen können. Äh, sie sind herzlich eingeladen. Korrekt. Richtig geil und ich abends dann mit den Jungs da hingegangen, äh, wir kommen da rein, wir kriegen da die Liste, da stand so, da stand so viel Zeug drauf, äh, zum Essen, zum Trinken, nur, was ich nicht verstanden habe, da stand keine Preise und ich so, was kostet denn das alles und sie sagt, äh, sie sind eingeladen, sie können alles bestellen, was sie wollen und so viel, wie sie wollen. Gönnen, erstmal Gönnung. Ich war so absolut überfordert, so absoluter Noob in der Szene. Ja, so gut, weil man es halt nicht kannte oder so, niemand hat an der Seite, der einen da so reinführt, ist halt so schwierig, aber, ist es aber trotzdem voll geil. und, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Need for Speed damals da angekündigt wurde, äh, du hattest dann hinten, ähm, ein Programmierer, wo du dann, äh, ein Design entwickeln konntest, wo er dieses Design personalisiert fürs Spiel machen konnte, wo du dann einen Voucher bekommst und mit dem Voucher einen personalisierten Skin reinsetzen konntest. Was dann so generell ins Spiel reinkam oder was dann exklusiv? Rein exklusiv. Also, du warst quasi der alleinige Besitzer von diesem Skin, ja. Ist ja geil. Das fand ich so geil, die hatten so, und, äh, abgesehen, äh, wie sie das präsentiert haben. Du warst einfach in der High Society, da war, die Bedienung war, sah richtig geil aus, äh, also, du warst einfach da. Die geben sich da schon, ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die sich da richtig geil Mühe gegeben haben. Ja, du bist einfach da in der High Society, äh, weißt du, du siehst da Leute, wo du denkst, äh, okay, die kannst du nur aus Zeitschriften und im Fernsehen, aber, ja, du warst absolut überfordert mit der ganzen Sache. Ja, gut, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass du da überfordert bist oder so, so, gestaunt und geglotzt hast, so. Ja, ja, ich hab sehr geglotzt, weil ich war da, ähm, einer meiner Lieblings-Cosplayerinnen und dafür sag ich noch heute noch immer danke, danke für die Einladung. Ja, äh, Jessica, niekwürt mal in Real Life zu sehen, war eine ganz andere Sache. Wenn man bedenkt, dass diese Frauen, man sagt immer solche Frauen, okay, das sind Insta-Bilder, das ist retuschiert und hier und da, aber wenn du dann diese Frauen in Real, siehst und sagst, Scheiße, da ist nichts retuschiert, das ist alles so original, wie sie es auf den Bildern zeigen. Boah, aber das ist halt schon krasse, wie viel man mit Make-up machen kann, so. Ja, natürlich, natürlich, das, wie viel, also, so, wenn du halt so eine, jemand, eine Cosplayer, oder generell so Cosplayer hast, die sich Mühe gibt, Digi, ich, wie die, also die machen ja die Sachen teilweise selber oder größtenteils oder so gut wie die alles selber so, so, wie detailverliebt und, und so weiter, die sind und, Digi, also, ich hab keinen Bock, wenn, keine Ahnung, irgendein Mädel, irgendein Rock oder irgendein Kleid nachmacht oder irgendein Outfit, wie viel Zeit an Stunden die ins Kleid investiert hat, um das irgendwie so gut wie möglich, so perfektionistisch wie möglich nachzumachen und dann noch nachher quasi später, wenn sie das Kleid anhat oder das Outfit dann noch Make-up und so weiter, je nach, also je nachdem, was das Outfit einem abverlangt, so, sich da so die Zeit und Mühe zu geben, also, die sind echt so, so eins mit diesem Hobby, sag ich mal, oder mit diesem Job dann halt so, Digi, das ist halt schon krass dann so. Ich weiß, wie es ist, ich, ähm, ich habe ja eine, ähm, andere VG, die unter meinem Namen läuft und zwar eine Künstler-VG. weil ich unterstütze ja allgemein alles, was, äh, Geek-Künstler ist. Geek-Künstler ist halt alles, was im, ähm, Anime, äh, Gaming-Bereich, äh, und im Manga-Bereich abläuft. Das bedeutet, ich habe auch verschiedene, äh, Cosplayer bei mir auch drin und da muss man auch achten mit diesem Wort Cosplayer oder Cosplayer an sich, weil das wird nochmal eigentlich in drei Kategorien aufgeteilt. Ah, okay. Du hast, du hast halt Cosplayers, Cosmodels und Cosmakers. Ein Cosmaker ist jemand, der macht die Sachen selbst. dann hast du ein Cosmodel, der macht nur Fotos mit, äh, Kleider, die von anderen gemacht worden sind. Und dann hast du die Cosplayers, das sind die, die Contests machen, das heißt, die performen auch die Person. Ah, okay. Wusste ich gar nicht. Es sind nur sehr wenige, die wirklich die drei Sachen zu 100% mastern. Ja gut, aber das ist, ich kann es aber verstehen, dass das nur, ich sag mal, wenige machen, weil das ist ja so, Modeln, so gut ich meine, natürlich ist es jetzt so, du machst halt, so einerseits, je nachdem, wie bekannt die Person ist, halt dann dementsprechend halt so, viele Modelsachen, Contests und so, ja, das ist halt schon so, dann noch selbst das zu machen, so, also, da bist du ja quasi wahrscheinlich so, keine Ahnung, mehr als einen normalen Job beschäftigt, über die Woche so wahrscheinlich. Du brauchst, du verschwendest sehr viel Zeit, also für, allein für den ganzen Cosplay zu machen, also ein Kostüm, ähm, je, je nachdem, wie aufwendig es ist, bist du zwischen zwei bis sechs Monate, da. Boah, Digga, das ist schon krass. Es ist richtig viel Arbeit, und, äh, es verlangt sehr viel ab, weil, es genügt nicht nur den künstlerischen Aspekt, du musst können, äh, in verschiedenen Rubriken können arbeiten, das heißt, du musst modellieren können, du musst können mit, ähm, äh, mit Farbe umgehen, zeichnen können, Schattierungen, Brush können. Das ist halt das Ding, du musst halt, es wird halt von einem so viel abverlangt, also du musst ja theoretisch dann noch so, nähen können, und so, diese ganzen Fähigkeiten, diese ganzen Skills, so, so, das ist ja, so, lernst, machst du jetzt, meisterst du jetzt nicht von heute auf morgen, so, da muss ja von, ich sag mal, als Jugendlicher, oder als Kind schon irgendwo, sag ich mal, so, zumindestens für, die Bereiche, so ein Grundinteresse, also jetzt nicht direkt als Jugendlicher, so, dass du da jetzt für alles Interesse hast, aber, so für paar Bereiche, so, keine Ahnung, dass du sagst, okay, du bist halt so ein Kind, was gerne zeichnet, oder als Jugendlicher irgendwas gerne, so, und dann halt später dann vielleicht so, ich sag mal, das für sich entdeckt, und dann das dann halt ausbaut, Digga, das musst du dir ja auch erstmal nochmal alles aneignen, so, und das ist halt so, machst du ja auch nicht von heute auf morgen, Richtig, und dafür ist es auch so schwierig, auch die drei Kategorien zu können, weil du hast, in den meisten Fällen nur, dass jemand einen Teil drauf hat, das hast du, in den meisten Fällen, dass sie nur einen Teil drauf haben, so auch die beste deutsche bekannte Cosmakerin, die hatte auch Verträge mit Blizzard und alles, aber sie ist reiner Cosmaker, sie versucht sich zwar immer als Cosmodel und Cosplayer, aber sie hat, das ist natürlich biologisch bedingt, ich sage, nicht jeder kommt als Schönling auf die Welt, und sie hat einfach nicht die Figur für das zu sein, sie hat das Talent, die Kleider und alles zu machen, aber sie kann das nicht führen, das ist halt genetisch bedingt, und dann hast du andere, die sind einfach richtig Multitalent, so wie jetzt die Engländerin, äh, Little Jen, mhm, das Mädel ist knapp so 1,50 Meter Größe, hat er aber, äh, sieht aus, als hätte sie knapp 16 Jahre, hat er aber schon fast 30, ähm, hat er einen Körperbau, so ideal für Cosplayer, dieses kindlichen Körperbau, äh, hat ein, diese kindliche Präsenz an sich, obwohl sie eine erwachsene Frau ist, äh, multitalentiert, in puncto Programmierung, Elektronik, äh, äh, auch das, äh, schneiden von den Kleidern und alles, sie kann einfach alles, sie ist einer der wenigen Multitalente, die alles drauf hat. Äh, das ist halt so, manche sind halt mit so einer Gabe geboren, oder ich sag, ja, so einem, sind halt quasi gesegnet, sag ich mal, oder was heißt gesegnet, ich mein, sowas kann man sich ja auch aneignen und anarbeiten, sag ich mal, aber es ist halt so, nicht jeder hat halt so, ich sag mal, die Disziplin, ja, dazu, das zu machen, so, so, am besten ist halt so, wenn du halt wirklich so, diese, wenn du das Glück hast, quasi so eine, die Gabe zu haben, und diese Gabe richtig umzusetzen, so, oder das Glück haben, jemanden zu haben, oder der dich entdeckt, sag ich mal, der dir, das dann nochmal so, ich sag mal, den Feinschliff dann gibt, und du das dann halt tagtäglich dann halt auch nochmal, sag ich mal, trainierst und so weiter, und übst und machst und tust, so, weil ansonsten ist halt so, aber das ist halt schon, ja, wie gesagt, das dann halt schon ein Segen dann, ja, und ich finde es halt sehr toll, dass Little Jen ist einer der wenigen Cosplayer, die es geschafft hat, eine sehr große Fanbase zu haben, ohne, äh, sexistischen, äh, Aufbau drin zu haben. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Sie schafft es wirklich, da ist null sexuellen Inhalt bei ihren, äh, Cosplays. Finde ich geil, weil, natürlich, ähm, Jessica Nigui, äh, sie ist eher ein Cosplay im Erotikbereich, ähm, kann es machen, sie hat den Körper dafür, sie hat das Aussehen, sie hat das Talent auf, weil sie macht ja auch alles selbst. Ja. Äh, auch ein super Multitalent, äh, wobei ich immer mir noch sage, du könntest das ruhig auch ohne das ganze Sexuelle, weil du hast einfach alles, was du brauchst, du musst das nicht noch extra noch dazu machen. Ja. Aber, ähm, übel sympathische Person, genauso wie Janeline Mew, kennengelernt, das ist auf meine Platz 2. Die habe ich das Jahr drauf kennengelernt, also, das war auch absoluter Traum. Du bist schon echt wild unterwegs. was du halt so an Leute kennst, was du gemacht hast, so. Und, du wirst lachen, aber das war nie Ziel von der Sache, ich habe nie auf die Sachen hingearbeitet, es war, es war, es war, sehr viele Zufälle halt. Ja, so ne, ja, Zufälle, vielleicht ein Stückchen weit, Glück so. Genau. Ich habe einfach nur das gemacht, was mir Spaß macht, und, ich habe nicht gesagt, ja, ich mache das für irgendwann, da und da zu stehen, nee, es war einfach, es hat sich so ergeben. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf dich, du, dass du da so, ich sag mal, so in dem Sinne, so erfolgreich, sag ich mal, warst oder bist, und, obwohl du, sag ich mal, jetzt nicht bewusst, oder nicht das Ziel war, sag ich mal, so, war, sag ich mal, so in dem Sinne, so erfolgreich zu sein, weil, ist halt schon so, krass, so, was du quasi alles, erlebt hast, und mitgemacht hast, so. Genau, und, das ist eigentlich, Streamer, und so, ist einfach, dass es, nicht dabei geht, um Geld zu machen, oder bekannt zu werden, es geht mir eigentlich, um Inhalt zu vermitteln, das sieht man eher, bei meinem, bei meinem Contents, von TikTok, und, auf Insta, ich präsentiere, bei meinem Contents, Sachen, die nicht Mainstream sind, ähm, dass ich grundsätzlich, Content kreiere, für, zum Beispiel, Mobile Gaming, und so, weil das, von vielen Leuten, noch nicht ernst genommen wird, wobei ich, das Potenzial, in den Sachen, sehr hoch sehe, und, wie ich einmal, meinem Chef gesagt habe, wenn du, in deinem Geschäft, kein Ferrari zeigt, da kann, die Kundschaft, nicht sehen, dass wir Ferraris verkaufen, und, so ist es auch, mit Social Games, das sind Nischen Games, das sind aber, nur Nischen Games, weil man, kein Promoting, für solche Sachen macht, oder, keine Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gibt, in den Sachen, und dafür, unterstütze ich, eher solche Projekte, die, gut sind, aber, nicht repräsentiert werden, und, das gebe ich dann, auf meine Socials weiter, weil, ich bin darauf, aufmerksam geworden, wo mich ein Kumpel, mich so gefragt hat, jeder Mensch, mittlerweile, kennt Genshin Impact, und, der sagt dann so zu mir, sag mir, kennst du eigentlich, noch andere Spiele, außer nur, wie Genshin Impact, aber, das gleiche Prinzip, und ich habe gesagt, ja natürlich, da gibt es sehr vieles, das hat sein eigenes Genre, aber, wie meinst du das, du kennst keine andere Spiele, ja ich kenne nur das, für mich war es natürlich, weil ich mich, grundsätzlich, über Gaming informiere, und da, ist mir dann klar geworden, die viele Spiele, werden einfach, in den Hintergrund fallen, weil einfach nur, Triple A Games, groß, angekündigt werden, ja gut, das ist halt, ja das ist halt, wie du schon sagst, so sage ich mal, Marketing Sache, halt dann einfach, genau, und da finde ich schade, weil, auch im Bereich, Indie Gaming, gibt es, natürlich, sehr viel Schrott, im Indie Gaming, aber, da gibt es, verschiedene Geheimtipps, die, das sind richtig, geile Party Games, ja, und, äh, da sage ich mir, manche Games verdienen, eigentlich besser, Promote zu werden, wie sie, eigentlich, dastehen, und, äh, äh, und, darauf baue ich auch auf meine Community gerne auf, dass die wirklich meinen Kanal nehmen, um einfach, wow, gibt es irgendwas noch Interessantes, was ich nicht kenne, gibt es bei ihm, kann präsentiert er mir heute oder irgendwas vorher, wo ich noch nicht gekannt habe, oder vielleicht testen könnte, der andere Vorteil bei diesen Games sind, die Games, erstes Mal, die können nicht diese gleiche Preismarsche fragen, wie bei den AAA Games, und so ist es auch nicht mal wirklich ein Verlust, wenn du dir so ein Game antestest. Ja. Zumal, äh, wenn man über Steam, äh, sich die Spiele nimmt, hat man sogar drei Stunden Zeit, um, äh, wenn das Spiel einem nicht gefällt, kann man das Geld zurückbekommen. Ja, also, bieten das nicht mehrere, so Online-Shops oder so, die Richtung. Äh, mittlerweile gibt es mehrere, aber am Anfang war nur Steam, wo diesen Service anbärt, äh, und ich fand das geil, und, ähm, mittlerweile machen das auch andere. Gab es da, gab es da nicht mal irgendwie Druck von, der, Fanbase oder so, oder so die, von den Steam-Nutzern? Oder war da nicht mal irgendwas so? Da war, äh, schon ein Balkon, weil eben, äh, Spiele, falsch präsentiert wurden, äh, über die Videos, die sie angaben. Naja. Du hast manche Entwickler, die zeigen, ihre, ähm, Gameplay besser aufgelöst, wie sie in Reel sind. und das hat sich, das Problem habe ich mitbekommen. Ja, und das hat dann das Problem aufgerufen, das, was ich schade finde, weil Steam kann nicht dafür, wenn der, ähm, wenn der, wenn der Studio falsche Infos rausgibt. Ja. Äh, dafür fand ich den Hate gegen Steam in dem Fall nicht berechtigt, weil die können, ähm, die machen auch nur ihren Job. Ja, das Ding ist halt so, das ist halt so eine, wie soll ich sagen, so eine, ich sag mal, so eine schwierige Position mal, weil einerseits, ich meine, die bieten ja in dem Sinne ja quasi die Plattform an, und man könnte ja sagen, ja, kontrolliert's doch mal ein bisschen, aber das ist andererseits, ist aber das Angebot von Steam so groß, da müsstest du ja quasi theoretisch so viele, wahrscheinlich, so, zumindest stelle ich's mir so vor, so viele Leute einstellen, die das kontrollieren und so weiter, und das ist halt so, Bro, wie willst du das finanziell stemmen, weil das ist ja so, so, keine Ahnung, einerseits, also natürlich bis zu einem gewissen Grad kann man das automatisiert machen, also sag ich mal so, es geht um die, äh, die kommerzielle Hierarchie, wenn du im Supermarkt was einkaufst, reklamierst du bei der Produktionsstelle oder da, wo du es gekauft hast im Supermarkt? Ja, in der Regel da, wo du es gekauft hast. Genau, und das ist, ähm, das Hauptproblem, ähm, und das sehe ich auch, ähm, die Ungerechtigkeit, weil, ich arbeite ja selbst im Verkauf, ich weiß es selbst, ich kriege, äh, die Fäuste ab von dem Kunden, weil der Lieferant dann vergessen hat, eine Packung Schrauben in seine Lampe reinzusetzen, zum Beispiel, äh, aber, äh, und dafür fand ich dann, äh, die Möglichkeit, äh, die Rückerstattung zu bekommen, richtig geil, und es ist sogar ein richtig guter Service, weil, ich habe es, äh, einmal gemacht, mit der Rückerstattung, und ich bekam das Geld innerhalb von ein paar Minuten zurück, nicht, äh, erst in einer Woche, in einem Monat, nee, in ein paar Minuten hatte ich das Geld wieder zurück. und da muss ich sagen, der Service ist da ziemlich funktionell. Ja, das ist halt das Ding, so die, ich meine, so funktionell und effizient, sag ich mal, so, ich glaube so, wahrscheinlich sind da noch mehrere Faktoren, die da wichtig sind, aber es ist halt so, ich glaube so, solange du halt einen guten Kundenservice hast, was halt schon recht wichtig ist, dann läuft der Laden, sag ich mal so, weil, zum Beispiel, ich habe jetzt, also mein Bruder hatte mal die Aussage getätigt, dass er halt quasi nur bei Amazon einkauft, wegen dem Kundenservice. Ansonsten würde der wahrscheinlich halt woanders seine Produkte und was weiß ich halt alles kaufen, aber er meint halt wirklich so, es ist wegen dem Kundenservice. Und das ist halt schon so, ein echt wichtiger Punkt, dass du halt Kundenservice hast. Ja. Aber da muss ich wirklich sagen, kann ich mich echt nicht beschweren, gegenüber manchen anderen Betreiber hatte ich oftmals andere Probleme. Ja. Also da hatte ich teilweise bei Ebay, und da spreche ich jetzt nicht von Privatverkauf, sondern von Shops, mehr Probleme, wie jetzt bei Amazon auch. Weil Amazon, muss ich auch sagen, sie haben, zumal sie im Ausland haben sie einen richtig guten Service. In Luxemburg ist halt ein zu kleines Land, die geben sie keine Achtung. Ja, das ist halt mit schafflich, sag ich mal, nicht so relevant. Ja. Also zumindest nicht so relevant, wenn man sich, ich meine jetzt, das ist halt so, kannst du ja theoretisch Europa nehmen im Vergleich zu Nordamerika. Ja. Wenn du dir so anschaust, allein die USA hat ja schon irgendwie 300 Millionen Einwohner, und das ist halt quasi, glaube ich, ganz Europa, oder so. Nicht mal in Europa wohnen so viele Menschen, sondern das ist halt so, natürlich ist dann der Markt halt dann dementsprechend anders oder verhält sich dann halt auch anders, also wenn du das jetzt, sag ich mal, so nebeneinander legst, halt so. Hier in Frankreich funktioniert Amazon richtig gut, also ich bestelle heute und morgen kommt das Ding vor die Tür. Boah, das ist aber echt so ein wildes Ding, also das ist halt so Kapitalismus pur dann so. Also das ist halt so, weil du musst halt so überlegen, das ist halt in irgendeinem Lager, was vielleicht so 500 Kilometer weit weg ist, so auf blöd, so wenn es halt so, oder halt so, keine Ahnung, vielleicht aus dem Ausland, so wenn es halt, also das ist jetzt so unwahrscheinlich, weil das halt meistens irgendwo in der gelagert wird, aber es halt, also ich sag mal, in einem selben Land gelagert wird, aber es ist halt trotzdem so, Bro, so, ich, aber das ist halt, glaube ich, aber auch so, ich glaube, die haben das so teilweise so perfekt, also natürlich arbeiten die an diesem Perfektionismus weiter, aber das ist halt so, so perfektioniert, also die perfektionieren das ja ständig und es ist auch auf so einem guten Stand, dass du, weil wenn du so überlegst, die Produkte, die, sag ich mal, so, wo du weißt, okay, so, keine Ahnung, so, ähm, weil ich bestelle halt auch so, so ein Wachs immer so bei Amazon und da wissen sie, okay, komm, das ist halt so, wird halt öfters bestellt wahrscheinlich in der Region oder so generell und dann wissen die, okay, die eröffnen dann irgendwo in Bayern auf dem Land dann irgendein ein Lager so und dann wird es dann halt von dort aus quasi dann an die Personen in Bayern dann halt beliefert oder so und das ist halt schon so, die die Marketing Strategie von Amazon ist richtig heftig, also der Algorithmus, wo dahinter steckt, ist richtig durchstarrt schon alleine, es fängt ja schon alleine mit ihrer Such System an auf der Seite du kannst das Teil so schlecht wie möglich beschreiben und er gibt dir das Richtige raus es ist es ist es ist einfach der Wahnsinn weil ich sehe ja bei meiner Firma wir haben von allen Baumärkten im Land den besten Online-Shop aber unsere Suchlose ist absolut für den Müll wenn du da sag ich Bosch vergisst du das S dann findet der gar keine Maschine der kriegt das nicht hinters auszufüllen oder zu korrigieren ja das ist halt schon so der Algorithmus wo dahinter steckt bei der Suchfunktion bei uns ist absoluter Müll weil du kannst Bosch falsch schreiben bei Amazon der findet Bosch ich hab da auch mal bei irgendeinem Beitrag oder so zwecks über RTL halt gesehen hast du da so wie du es jetzt beschrieben hast halt auch quasi so gefühlt tausend Varianten haben was die Online-Domain betrifft und so jedes Mal kommst du quasi auf dieser Seite von RTL oder das halt ich glaub das war irgendwie so ein Unterding von RTL oder so und du findest kommst halt quasi jedes Mal da raus wo du quasi wo die wo es halt wo du rauskommen solltest quasi ja ich denke zwar, ich gehe zwar auch panneln, weil ich muss fit sein, ich habe morgen Physiotherapie. Ja, kein Problem. Ich bin zwar gespannt, also ich muss dann meinen Physiotherapeut ändern, weil mein Guter, der ist in Rente jetzt. Okay, das ist natürlich das war außerdem meiner Mutter ihr Jugendschwarm. Oh, voll süß. Und ja, gut, ich muss sie jetzt einen neuen suchen und ich bin auf Zufall auf ein junges Mädchen getroffen, das mein Alter hat und ja, die sieht wirklich nicht schlecht aus. Schnapse dir. Das Einige, was mich heute stört, ist Französisch. Ich habe ja nichts dagegen, aber ich könnte mir ja nicht vorstellen, den ganzen Tag mit einer Frau Französisch zu sprechen. Welche Sprache bevorzugst du, weil du kannst ja, keine Ahnung, Luxemburgisch wahrscheinlich, Französisch, Deutsch, Englisch. Ja. Und kannst du noch Englisch sagen? Italienisch verstehe ich nur, aber ich spreche es nicht. Welche Sprache bevorzugst du denn? Also am liebsten, wenn es ausländisch wird, dann am liebsten Deutsch oder Englisch. Okay. Und noch muss ich sagen, mein Englisch ist noch am schlechtesten von all meinen Sprachen und trotzdem würde ich lieber Englisch durchsloggen, wie den ganzen Tag Französisch zu sprechen. Ich hasse die Sprache. Mein Vater war Französisch, der würde mich jetzt vom Grabe aus mit dem Holz nehmen, aber gut. Ja gut, das ist halt so, ja. Aber das ist schon krass, dass in Luxemburg einfach so drei, vier Sprachen spricht, so, das ist halt schon wild. Es ist gut, darüber braucht man eigentlich nicht zu reden, weil in jedem Land ist das Schulsystem für ein Arsch. In Luxemburg ist es halt sehr kompliziert, weil du wirst als Franzose eigentlich bevorzugt gegenüber jemand, der deutsch ist. einfach weil in Luxemburg irgendwie mehr mit Franzosen zu tun hat, also so in dem Sinne, keine Ahnung, mehr Vertriebe oder mehr Handwerke? Nein, es hat mehrere Gründe. Erstens natürlich, dass unsere luxemburgische Konstitution wird als Amtssprache Französisch genommen, als Landesgesprochene Sprache wird luxemburgisch deutsch französisch, es ist falsch für die Leute, die behaupten Englisch und Portugiesisch wären mit drin, das ist absolut Blödsinn, das steht nicht in der Verfassung drin und das kann ich absolut mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil das war in meinem Examen für die Polizei. Also ich wüsste da jetzt auch ehrlich gesagt, also so okay Englisch könnte ich vielleicht noch nachvollziehen so, aber Portugiesisch wäre jetzt für mich so, verstehe ich nicht. 51% unserer Bevölkerung sind Portugiesen. Also das ist so ein krasses Ding bei euch so mit dem Also wenn Deutschland meint, sie hätten Probleme mit Türken, da waren sie noch nie in Luxemburg. Wir haben die richtigen Probleme mit den Portugiesen. Das große Problem in Luxemburg ist, wir lassen uns mit Füßen treten und bieten trotzdem noch den besten Servicern. Und das haben wir in unserer Bei uns im Land ist das Problem unser Staat der bügt sich für jeden. Und das ist das was Ja wild. Weißt du in Deutschland wird dann gesagt ja das ist Nationalismus von der schlechtesten Art dass die Ausländer wo nach Deutschland kommen sich integrieren müssen und Deutsch lernen sag ich das ist irgendwo aber nochmal wenn man in ein fremdes Land geht dass man deren Kultur und Sprache lernt das ist nicht negativ zu nehmen hier in Luxemburg ist es so ah du sprichst nur Portugiesisch kein Problem das ganze Land wird jetzt auf Portugiesisch umgestellt und das Ding ist halt ich merke das halt bei mir oft also ich habe jetzt ich meine ich habe ja selbst Migrationshintergrund und ich meine wenn ich jetzt in Bosnien oder Kroatien oder in der Slowakei bin das halt zumindest kroatisch kann ich so bisschen so grob also ich kann mich so ein bisschen Smalltalk betreiben aber wenn ich jetzt sagen würde ich würde jetzt da komplett hinziehen wollen dann ist es so für mich irgendwie auch selbstverständlich halt zu sagen komm ich such halt dann abends da für eine Sprachschule oder so weil bei mir auf der Arbeit ist halt auch das Ding da sind halt bis auf also drei Leute alles Ausländer also so wirklich so also gut ich habe halt dadurch dass ich halt eine doppelte Staatsbürgerschaft halt jetzt so diese Probleme halt nicht und ich bin halt hier aufgewachsen aber das Ding ist halt so ich finde es halt teilweise echt anstrengend mich mit denen zu unterhalten also teilweise und vor allem das Ding ist halt so was macht denn das also ich denke mir halt so wenn du halt irgendeinen Service anbietest weil ich arbeite ja in der Sicherheitskraft und ich bisher quasi so eine Dienstleistung die ich dann anbiete und was ist denn das dann bitte wenn du dann halt auf einmal so einen aus Irak Iran oder aus Senegal halt jemanden hast der oder aus Italien der halt echt schlecht deutsch spricht dafür dass die teilweise die Leute halt so zehn Jahre und länger halt in Deutschland leben also ich meine halt so das ist halt so teilweise so ungefähr das sprachliche Niveau was ich dann im Kroatischen hab so das ist halt wo ich mir dann auch denke so okay mit Englischen okay könnte man sich keine Ahnung ich finde das halt schon anstrengend Metall halt mich jedes Mal mich irgendwie oder kopfmäßig mich auf die einzustellen so also jetzt nicht böse oder also ne das ist auch meine Meinung dass die Leute hören mir wenigstens noch bisschen zu wenn ich über das Thema spreche weil es gibt das Problem wenn ein Luxemburger das ansprich dann heißt es direkt du bist rassistisch wenn ich das sage die Leute trauen sich mir das nicht ins Gesicht zu sagen weil sie sagen du kannst jetzt nicht ein schwarz sein als rassist da hinstellen ja gut aber das ist halt so ich meine das Ding ist halt dass ich meine Rassismus geht ja in alle Richtungen natürlich und das ist halt so ich meine es rassismus gegenüber weiß oder gegen anders also farbige halt so und das ist halt so natürlich dadurch halt so dieses Ding halt durch die Weltkriege sind wir halt sag ich mal wir Europäer oder so Mitteleuropa halt schon sag ich mal stark geprägt halt einfach und trauen uns das nicht so ich meine ich kann es nachvollziehen so aber andererseits ist halt so wenn halt so viele Menschen halt quasi dann zu und es kommen dann halt so paar Dinge nicht können also ich meine jeder ich meine ich bin jetzt keine Ahnung ich würde jetzt nie behaupten dass ich ein guter Zeichner wäre oder so aber so keine Ahnung so grundlegende Sachen so sind halt so ein bisschen also sollten normal sein wenn ich mir jetzt mein Vater jetzt als Beispiel nehm der ist halt auch mit Mitte 30 nach Deutschland gekommen und es ist halt so ein Alter da hast du jetzt zu lernen oder tust dir vermutlich ein bisschen schwerer da jetzt nochmal ein neues Leben anzufangen so und dann kommen halt so Leute die halt so mit Mitte 20 oder so halt gekommen sind und beherrschen halt die Sprache immer noch schlecht dafür natürlich ist es dann immer so ein bisschen schwierig neben der Arbeit dann nochmal sich um ein paar andere Dinge zu kümmern aber wenn ich mir die Storys von meinem Vater anhörte dann wo ich auf der Welt war teilweise so gefühlt die Techniker besucht hat dann noch mich an der Backe hat meinen Bruder an der Backe gehabt meine Mutter an der Backe und dann halt noch irgendwie abends dann nochmal richtig arbeiten zu gehen und dann irgendwie auch nochmal sonstiges dann noch für die Technikerschule lernen weil ich mir auch denke also natürlich nicht jeder hat diese Motivation und Disziplin so das ist klar aber zumindest so Digga lern doch einfach die deutsche Sprache also zumindest wenn du halt keine Ahnung in die USA ziehst oder keine Ahnung Portugal dann bring doch wenigstens den Respekt mit und lern die Sprache auf so Niveau dass man sich also ich meine man muss jetzt keine tiefgründigen philosophischen Gespräche finden aber zumindest so Gespräche dass man so sich unterhalten können und dass man da so man muss jetzt nicht so ich verstehe was du meinst und das ist das was ich ja unser Staat reklamiere wir haben das Problem gesehen in der Corona Zeit Luxemburg macht sich abhängig von den Ausländern ob das von der deutschen Seite ist von der belgischen Seite oder von den Franzosen da kommt die Gegenklage ja die Luxemburger wollen ja diese Jobs nicht lernen da sage ich das ist nicht ganz stimmig viele wollen diese Jobs nicht lernen weil einfach es als Normalität angesehen wird da diese ausländische Sprache zu nutzen ich nehme dir als Beispiel unser Gesundheitssystem unser Gesundheitssystem ist zu gut 95% französisch wir haben aber noch so viele Leute ältere Leute die noch die Zeit vom Zweiten Weltkrieg überstanden haben die nie Französisch gelernt haben da musst du dir vorstellen du als 80 jähriger wo nur luxemburg ich kann und etwas deutsch wegen dem Zweiten Weltkrieg und hast dann nur da französisches Personal wie fühlst du dich als alte Person du bist in deinem Land und kannst mal deine eigene Ansprache nicht sprechen weil die dich wie ein Autobus anschauen und nicht klarkommen und dann sind die noch dumm mit den Leuten ja der kann sich nicht mal ausdrücken mit mir es kann mir nicht mal sagen was er will wo ich dann am liebsten der eine klatschen möchte und sage sag mal weißt du wo du hier arbeitest du bist nicht in deinem Land weil die Franzosen in Luxemburg die empfinden das als normal dass die nicht luxemburg sprechen und das ist eine Sache die ich sehr hasse ich habe nichts gegen den Franzosen aber der Franzose ist ein Monolith der spricht nur eine Sprache der kann keine andere Sprache und die Portugiesen sind dann noch so schlimm die können dann nur gebrochen Französisch teilweise und dann sprechen die nur Portugiesisch unter sich nur und das ist denen scheißegal die beschweren sich aber wenn die in einer Runde sind als einziger Portugiesin und jeder spricht Luxemburgisch dann fühlt die sich angegriffen aber es ist ganz normal wenn dann sechs Leute Portugiesisch sprechen und du siehst als Luxemburger dazwischen und weißt nicht um was es geht und das andere ist wo mich einfach aufregt wegen zwei punkten erstens wir haben Portugiesen von dritter Generation im Land und trotzdem können sie kein Luxemburgisch damit erster Punkt zweiter Punkt ist du hast Portugiesen die fließend luxemburgisch kennen und weigern sich das habe ich einmal im Krankenhaus gesehen und da ging auch eine E-Mail raus an die Direktion wo ich ganz quer den Namen aufgeschrieben habe weil ich die Person kennen aus der Schulzeit die hat sich übelst dumm angestellt für nicht luxemburgisch zu sprechen und da platzt mir der Krage weil ich einfach sage das ist respektlos gegenüber den Patienten wir leben in so komischen welt finde ich ja und dafür auch ich arbeite in einer deutschen firme und irgendwie durch die jahre hat sich so ergeben dass alles was botanik bereich ist wird quasi nur französisch gesprochen und der rest vom markt spricht deutsch luxemburgisch französisch und dann habe ich dann solche leute bei mir arbeiten die mir dann so sagen ja du musst das machen das ist auf deutsch und ich gucke ihn dann sage ich wie lange arbeitest du hier ja und nach 20 Jahren weißt du noch immer nicht dass wir in einer deutschen firma arbeiten ja aber ich kann das ja nicht ja okay dann verlange ich dass du weniger verdienst weil du verdienst das gleiche wie ich du kannst ja nicht alles also hast auch nicht recht auf den vollen lot ja ja ist halt so unfair verteilt und er diskutiert drum und dann kommt der chef und der sagt ja endlich mach das bitte und dann kracht es meistens bei mir dann richtig sage ich mir ist das scheißegal der guckt dass er klar kommt ich mache seine Arbeit nicht und wenn du das nicht regeln möchtest dann setz dich dahin und mach die Arbeit selbst die er nicht kann ist halt auch voll verständlich so also ich kriege einen übelsten Hals wenn mir so ein Französer weil da kommt dann das Gegenspiel da habe ich die deutschen Mitarbeiter die deutschen Mitarbeiter geben sich so verdammt Mühe Französisch zu können das ist heftig mein Markleiter er ist der Dresdner der hat definitiv nie Kontakt mit Französisch gehabt in Ostdeutschland und er spricht mittlerweile sehr gut Französisch noch immer sehr gebrochen aber trotzdem du verstehst jedes Wort was er sagt die Franzose die nach 20 Jahren in dieser Firma arbeitet können noch immer kein Wort Deutsch das ist schon krass und das sind die Sachen die mich einfach aufregen ich habe nichts dagegen wenn du als Franzose in Luxemburg kommst und gibst dir wenigstens Mühe für ein bisschen Anpassung und entgegen kommen aber dann dich absolut quer stellst ist mir scheißegal ne ich kann gegen die Franzosen nicht sagen weil natürlich laut Legislative vom Land sind sie im Recht nur Französisch zu sprechen genauso wenn ein Deutscher kommen würde und nur Deutsch sprechen würde der ist laut der Legislative auch absolut im Recht ein Portugieser der nur Portugiesisch spricht obwohl er 40 Jahre im Land lebt der hat kein Recht komische Gesetze weil du hast dann noch Leute die wirklich Kunden die dann kommen und sagen ja sprichst du Portugiesisch sag ich nein ja dann suchen sie jemanden für mich der nur Portugiesisch spricht und bei die Leute die kriegen auch eine sehr hässliche Antwort von mir meistens und da sag ich sehen sie hier das ist Luxemburg Portugal liegt da da sind sie hier falsch da müssen sie etwas weiter nach links ja die können Portugiesisch hier nicht vielleicht hat er mehr Glück in Brasilien ja ja noch ja und nein das ist das portugiesisches also brasilianisches portugiesisch und portugiesisch sind zweierlei das ist so ähnlich wie flammendisch und holländisch ja gut das sind dann wahrscheinlich so verschiedene dialekte genau richtig viele sachen ähneln aber sehr vieles passt nicht übereinander das ist ja auch so lustig die die Portugies die geben so an mit ihrem Lebenslauf dann haben die dann da stehend und ich muss immer dann so lachen ja ich spreche luxemburgisch deutsch französisch portugiesisch italienisch spanisch und ich so ja im Portugiesischen sind sehr viele sachen die im spanischen gleich sind und im spanischen hast du sehr viele sachen die auf dem italienischen gleich ist aber das heißt nicht dass du diese Sprache sprechen kannst ja und damals hatte eine meine Ex-Chefin die konnte fließend spanisch da kam so eine die übelst übertrieben hat mit ihrem Lebenslauf und die Deutsche hat sie so auseinander genommen und sie sagte so ja du weißt ja schon also du brauchst nicht zu hoffen dass du eine positive Rückantwort bekommst weil alleine dass du hier falsche angaben gibst ist das ein Grund schon für gekündigt zu werden bevor man angefangen hat ja läuft du du hast aus mit dem spanischen könntest du noch pokern mit dem italienischen ist das sehr gefährlich in Luxemburg, weil die erste Ausländerwelle, weil reine Luxemburger findest du sehr selten. In den 49 Prozent, die Luxemburger sind, sind auch größtenteils nur Mischlinge. Weil nach dem Zweiten Weltkrieg kam die erste Ausländerwelle und das waren die Italiener. Und dafür haben auch die meisten Luxemburger ja italienische Familiennamen. Ja gut, es ist halt dieses Ding in Europa, so dadurch, dass so diese, durch die ganzen Weltkriege und was weiß ich halt, durch die ganzen Geschichten und so, Geschichte, so wenn du da sind ja so viele Familien von Polen nach Tschechien, nach Portugal, nach Spanien und andersrum und sonst wie ausgewandert, dass du da halt so, im Endeffekt halt so, also was heißt Europa hat eine starke Mischkultur, aber es ist halt so, du hast da halt schon so eine so eine, also es ist auf jeden Fall so eine Mischkultur vorhanden. Wie groß die ist, keine Ahnung, aber es ist halt so, so eine Mischkultur ist definitiv da. Also es gibt halt quasi so, wenn ich jetzt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter nehme, die hat halt auch mal herausgefunden, dass sie quasi von vor 450 Jahren oder so die Familie halt irgendwie anscheinend aus dem kroatischen, also aus dem jetzigen kroatischen Teil irgendwie die Familie nach, nach in die Slowakei ausgewandert ist und quasi von da nach Deutschland halt so. Spricht zwischen diesen 450 Jahren und diesem slowakischen Teil, da ist halt auch wahrscheinlich so viel durchgemischt, dass im Endeffekt man so diesen wirklich reinen, reinen Bio-Deutschen oder reinen rassigen Russen oder keine Ahnung Franzosen oder so, wirst du wahrscheinlich nie haben. Nein, es ist sehr schwierig. Ich bin sogar ganz davon überzeugt, dass ich mal nicht wirklich aus Indien stamme. Dass ich schon aus Indien bin, ja, aber dass ich 100% Inder bin, weil meine Haut ist einfach viel zu dunkel. Ich bin zwar noch viel heller als ein aus Nigeria oder Kamerun, aber für Inder bin ich halt ziemlich dunkel und da gehe ich von der Theorie aus, weil man mich halt in Kalkutta fand, das Land neben Indien ist Bangladesch und Bangladesch sind viel dunkler als ich. Das ist eigentlich ein Mischkind ist zwischen Inder und einer aus dem Bangladesch. Ja, kann natürlich sein, also ich meine, es fängt auch mit meinen Haaren an, ich habe ja auch keine glatte Haare. Ich habe ja komplett gekräuserte Haare. Also wie so Afro-mäßig oder so? Nein, nein, es sind große. Also nicht wie Afro, Afro sind ja ganz klein gekringerte Haare, bei mir sind große Kringel. Schon richtig weil ich dafür bin ich davon überzeugt, ich bin auch eher ein Mischling. Ich habe damals in meiner Elektriker Ausbildung hatte ich auch ein Inder, der war aber Asiate, der hat Asiatisch ausgesehen, aber er war Inder. Das liegt daran, wegen die Berge trennen Indien zu China und diese Bergbewohner kann ganz gerne zu einer Mischung zwischen Inder und Chinese kommen. Und so hast du dann ein Inder mit Schlitzaugen. Ja gut, ich meine in so Asien ist es jetzt auch nicht unüblich, dass da halt so, ich sag mal Völkerwanderung getrieben oder also dass da halt so Mischmisch ist, also dass da halt so keine Ahnung wie Mese dann noch irgendwie Das lustige ist, dass wenn ein Inder mit Asiatin ein Kind gebären, es ist von der Natur vorgesehen, dass ein dunkles Pigment das helle Pigment dominiert. Aber die Genetik von den Asiaten ist stärker. Das bedeutet, du kriegst ein schwarzes Kind mit Schlitz Auge. Ja, wilde Mischung. Ja, ist sehr wild, sieht man nicht oft, aber wo man sehr oft sieht, ist eigentlich in Thailand. Echt? Ja. Wenn du Thai-Boxen schaust auf internationalem Niveau, da wird dir auffallen, dass da sehr viele schwarze Thailiner dabei sind. Wow. Muss ich mal... Ähm, Thailiner sind ja grundsätzlich nicht besonders groß, und da hast du dann Thai-Boxer, die einfach mal 1,90 sind, die jenen, der schwarzen geerbt haben, und haben einfach dann Schlitzau... Da muss ich mal echt mal auf YouTube dann mal gucken. Das war auch vor vielen Jahren mein ersten schwarzen Asiaten, wo ich gesehen habe, wo ich hatte oft mir die Frage so gestellt, gibt es eigentlich schwarze Asiaten, richtig schwarze Asiaten, und tatsächlich im Thai-Boxen findest du die sehr oft. Gut, grundsätzlich ist ein Thailiner ja sowieso ein Jungle Asian. Das ist kein erfundener Begriff, das ist ja tatsächlich ein Hauptbegriff zum Unterscheiden zwischen den hellen Asiaten und den dunklen Asiaten. Alles, was nicht hell ist, das heißt, so wie zum Beispiel die hellen sind Chinesen, Japaner, genauso wie Süd- und Nordkoreaner, das sind City Asians. Alles, was etwas unten liegt, so wie Thailand, Chile, Vietnamesen, Philippiner, das sind alles Jungle Asians, weil das sind Asiaten, die haben gebräunte Haut. Und die stehen in der asiatischen Kultur als niederes Volk. Je weißer du bist, umso höher bist du in der Gesellschaft angesehen. Deswegen sind die Japaner so süchtig, danach weiß zu sein und weiß zu bleiben. so ging's und jetzt will ich einfach nur schlafen. Kein Problem, ich gehe auch schlafen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Gleichfalls war echt nice mit dir zu reden. Jo, hat mir Spaß gemacht. Ich bin ein guter Gesprächspartner und wir hören uns bestimmt die Tage nochmal, wenn ich wieder frei hab. Kein Problem. Also wir hören uns dann, ne? Jo, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschau.